So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend, darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde von Dr. Metrici Gerthammer, der leider am 2. Juli verstorben ist, aber er zählt mit Sicherheit zu den ganz Großen, die die Menschheit hervorgebracht hat, weil er das Wichtigste entdeckt hat, was es überhaupt gibt, nämlich wie unser Körper funktioniert. Wir stecken ein Leben lang da drin und wissen halt, wie Fußpilz funktioniert und wie Morbus Crohn und Colitis funktioniert und meiner Meinung nach gibt es gar kein wichtigeres Wissen. Wer möchte nicht gesund sein? Wer möchte nicht ein gesundes Kind haben? Und deshalb werden es die Generationen Dr. Hamer auch danken und er wird nicht vergessen und das ist eine Art der Unsterblichkeit. Also Hamer zählt zu den Unsterblichen, da bin ich davon überzeugt, so wie Mozart und Bach. Meine Zielgruppe ist nicht der Patient, ist auch nicht der Therapeut. Meine Zielgruppe ist der Interessierte, der es wissen möchte, wie es funktioniert. Es sind ja fünf Naturgesetze und die müssen ja immer überall gleichermaßen wirken, natürlich auch bei ihrer Darmkolik oder bei ihrer Verstopfung und glauben braucht uns da gar nichts. Sie können das erfahren. Das gehört eigentlich zur Allgemeinbildung. Irgendwann wird es den Kindern in Biologieunterricht beigebracht werden und der Therapeut, der muss natürlich viel mehr wissen als das kleine Einmaleins. Der gehört an die Universität, der muss am Patienten ausgebildet werden. Aber hierfür bräuchten wir die Legalität. Das wird ja im Moment nach wie vor boykottiert, dieses Wissen. Aber niemand kann ihnen verbieten, gesund zu werden. Wenn sie die Ursache lösen, wenn sie den Ärger mit der Schwiegermutter lösen, werden sie gesund und das kann ihnen niemand verbieten. Wie gewohnt, Grundlagenwiederholung für die ganz Neuen und für die, die es schon gehört haben als Übung. Also die Grundlagen, die müssen sitzen. Und dann verstehe ich die Sonderprogramme, dann verstehe ich auch die Psychosen. Und worum geht es in der Germanischen? Es geht eben um die Krankheitsursache und damit auch um die ursächliche Therapie. Was unterscheidet die Germanische von den bisherigen Medizinern eben dieses Wissen? Und die Ursache ist monokausal, der biologische Konfliktschock, hoch akut, isolativ am falschen Fuß erwischt. Wie können wir das sagen, dass das die Ursache ist, eben durch den Hamerschen Herd im Hirn? Der entsteht nämlich in der Sekunde. Damit können wir es fotografieren. Wir müssen da gar nichts glauben. Die Krankheiten, die von sich aus entstehen, also Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen, die haben eben nichts mit Vererbung zu tun oder nichts mit Ernährung zu tun, auch nichts mit Ansteckung, sondern das ist monokausal dieser Schockmoment. Wenn Sie einem Menschen ins Gesicht schauen, der im Schock ist, der reißt Augen, Ohren, Mund auf, er hat sofort eiskalte Hände, er kriegt den Bissen nicht runter, er ist hellwach. Und unser Körper schaltet sofort um auf Dauerstress, auf Dauersympathikotonie. Und auf der Psyche haben wir sofort Zwangsdenken. Und je nachdem, was ich da assoziiere, habe ich da einen Brocken, einen Ärgerkonflikt, habe ich den Hamerschnär im Stammhirn und ich reagiere zum Beispiel mit dem Darm. Aber ich kann auch mit der Schilddrüse reagieren, wenn ich zu langsam war. Oder ich kann auch mit dem Magen reagieren, es liegt mir im Magen, also der unverdauliche Brocken. Habe ich da Verletzung meiner Integrität, einen Schlag oder werde ich bespuckt oder besudelt, das geht auch verbal, wenn ich beschimpft wäre, habe ich den Hamerschnär im Kleinhirn und ich reagiere mit den inneren Häuten, Bauchfell, Brustfell, mit der Lederhaut. Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hamerschnär im Marklager und ich reagiere mit dem Bewegungsapparat. Wobei der schwere Selbstwerteinbruch geht auf den Knochen, der leichtere auf Knorpel, Bindegewebe, Fettgewebe. Habe ich einen Trennungs- oder einen Revierkonflikt, habe ich den Hamerschnär in der Gehirnrinde und ich reagiere zum Beispiel mit Neurodermitis oder mit dem Bronchien, in der Heilungsphase mit der Bronchitis oder mit dem Bronchialkarzinom. Und dieses Assoziieren, also Brockenkonflikt, Verunstaltung, Selbstwert, Trennung, Revierkonflikt, das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Wenn das Kleinkindern Trennungskonflikt erleidet, reagiert es genauso mit der äußeren Haut wie der Hund, den man aus dem Familienverband in den Hof verbannt, dann kann der genauso mit dem Fell reagieren. Und zwar aus dem Grund, weil wir allesamt miteinander verwandt sind. Wir Menschen sind nicht nur mit den Affen verwandt, sondern wir sind selbst mit den Mikroben verwandt, mit den Insekten, mit den Pflanzen. Diese Hamerschen Herde finden wir auch an den Blättern der Pflanzen. Und das Leben muss irgendwie einmal begonnen haben. Mit einem Einzeller mit ziemlicher Sicherheit. Das ist das Wunder Schöpfung. Und Hamer hat ja im lebendigen Fünf-Natur-Gesetze entdeckt. Nicht in der toten Materie, sondern in der lebendigen. Und unser Vorfahren muss einmal so ein ringförmig wurmähnliches Wesen gewesen sein. Seeanemonen sehen heute nach wie vor so aus. Er hat in den Urmund, da hat er die Speise aufgenommen, durch dieselbe Öffnung, den Kotbrocken ausgeschieben. Das Hirn war das Stammhirn und das Gewebe war das Drüsengewebe. Das Konfliktpotenzial war der Brocken. Ich kriege den Brocken nicht zu fassen, ich kann ihn nicht schlucken, er liegt mir im Magen, ich kann ihn nicht ausscheiben. Und wir haben von unserem Vorfahren alles geerbt. Wir haben seine Organe geerbt, sein Hirn und das Konfliktpotenzial. Beim Tier geht es meist um den realen Nahrungsbrocken. Während bei uns Menschen geht es im übertragenen Sinne um den Brocken. Um die Erbschaft zum Beispiel, der Kampf um die Erbschaft. Oder die hübsche Nachbarin, die ich vernaschen möchte. Oder der Ärger mit Nachbarn. So ein hinterhältiger, niederträchtiger Scheißdreck. Und dann reagiere ich mit dem Rectum-Karzinom. Diese Programme, jetzt egal wie sie heißen, ob das der Darm ist, ob das die Leber ist, ob das die Bauchspeicheldrüse oder die Schilddrüse ist, die machen in der aktiven Phase Zellvermehrung. Und dadurch eine Funktionsverstärkung. Mehr Schleim, damit der Brocken besser rein- oder rausflutscht. Oder mehr Verdauungssäfte, um diesen festsitzenden Brocken abzudauern. Das ist der Sinn von dem Programm. Also der Darmkrebs ist der Sinn, den Ärger zu lösen. Den festsitzenden, unverdauerlichen, hinterhältigen, niederträchtigen Scheißdreck zu lösen. Das ist der Sinn vom Darmkrebs. Das heißt, die Natur hat uns, die hat damit gerechnet, dass wir einmal zu gierig einen Brocken runter schlingern. Und der steckt da jetzt quer. Und jetzt kommt ein Stück Mundwärts, ein blumenkohlartiger Tumor, der literweise Verdauungssäfte produziert, um diesen festsitzenden Brocken zu lösen. Und wenn der sich löst, wenn der endlich durchgeht, dann fällt mir der Stein von der Seele und dann stoppt die Zellteilung. Und jetzt komme ich in die Heilungsphase und unser Hirn schaltet jetzt die Chirurgen der Natur an, die Mikroben. Das sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Symbionten. Und jetzt wird dieser Tumor tuberkulös verkäse und abgebaut. Kann man sich vorstellen wie ein Apfel, der verfault und zerfällt. Und das geht natürlich alles einher mit Symptomen. In der aktiven Phase habe ich parallel zum Darmkrebs auch Verstopfung. Und in der Heilung, wenn das tuberkulös abgebaut wird, habe ich Durchfall, ich habe Koliken, ich habe Blut im Stuhl, ich habe Darmschleimhautfetzen. Und solange ich konfliktaktiv war, solange werde ich in der Heilungsphase sein. Wenn ich das alles weiß, dann bin ich ja schon beruhigt. Ich weiß auch, ich bin in der Heilung. Und wenn ich dann noch weiß, das war der Ärger mit Nachbarn, dann weiß ich auch, warum ich das gelöst habe und dass ich dann nicht wieder rein stolpere in die Geschichte, weil sonst fängt es wieder von vorne an. Also ich weiß mich dann auch klug zu verhalten. Während in der Schulmedizin wird nur das Symptom wegschnitten. Und der Patient kommt in keine Erholungsphase und er weiß ja gar nicht, warum er das hatte. Und er stolpert wieder in die Falle, er hat wieder den Ärger mit den Nachbarn und dann heißt er er hat ein Rezidiv und dann müssen wir noch einmal therapieren. Und das ist natürlich was Teufelsaustreiberei. Dann hat das Tierchen das Urmeer verlassen, hat das Land erobert und benötigte zusätzliche Organe, die inneren Häute, um sich gegen spitze Steine zu schützen. Das zusätzliche Hirn, das Kleinhirn. Und hier geht es um die Verletzung meiner Integrität. Zum Beispiel der Attackekonflikt. Der Arzt sagt, ich muss operiert werden. Der möchte meinen Bauch aufschlitzen. Und diese Programme machen jetzt in der aktiven Phase ebenfalls Zellplus. Die Mauer nach außen wird dicker, um mich zu schützen. Das ist der Sinn. Beim Bauchfell nennt man das Mesoteliom. Bei der Lederhaut nennt man das Melanom. Und da sehen Sie schon jetzt der Frischgefangene, der keine Ahnung hat von Medizin, der die Melanomdiagnose gestellt bekommt. Der hat eine Hautveränderung und anstatt dass man sich um die Ursache kümmert, die Besudelung. Das kann zum Beispiel gewesen sein, weil ihn da der Chef niederbügelt hat. Er hat ihn beschimpft vor der ganzen Belegschaft. Er hat sich verunstaltet gefühlt. Die Frechheiten, die man mir da ins Gesicht sagte. Und jetzt hat er im Gesicht ein Melanom. Und jetzt stört ihm natürlich das Melanom. Und weil er da Melanom hat, fühlt er sich noch mehr besudelt. Und es wird noch größer. Und weil es noch größer wird, fühlt er sich noch mehr besudelt. Da kommt er in einen Teufelskreis rein. Wenn ich aber weiß, Moment einmal, das Melanom habe ich seit mich da der Chef beschimpft hat, dann weiß ich auch, was zu tun ist. Entweder spreche ich mit dem Chef aus oder ich kündige, damit die Ursache gelöst ist. Wenn die Ursache sich löst in der Heilung, wird es durch die zugehörigen Chirurgen, in dem Fall die Pilzbakterien, wieder tuberkulös abgebaut. Es blutet, es nest, es stinkt. Und das gilt auch als böse in der Schulmedizin. Also der Patient, der stolpert vor einem Konflikt in den nächsten. Der ist der Trinkende, dem soll man jetzt das Schwimmern beibringen. Wenn der aber das alles schon im Vorfeld verstanden hat, dann kommt der gar nicht so in die Panik. Und das ist mein Ansatz. Also ich biete dem Therapeuten dasselbe an wie dem Patienten, das kleine 1x1. Aber meine wirkliche Zielgruppe ist der Gesunde. Und hier wurde auch das erste soziale Verhalten einprogrammiert, die Milchdrüsen. Die sind nämlich umgebaute Schweißdrüsen und die liegen in der Lederhaut. Der Sorgekonflikt. Sorge um Partner oder Mutter-Kind. Also ab jetzt ist die Händigkeit entscheidend. Ja, in der gelben Gruppe hat die Händigkeit überhaupt keinen Einfluss. Aber ab jetzt. Und wenn man jetzt der Partner oder das Kind verunglückt, startet jetzt bei mir das erste Mal ein soziales Programm durch Zellvermehrung der Milchdrüsen, mehr Muttermilch, um dem Partner, um dem Kind eine höhere Überlebenschance geben zu können. Wird er gesund, fällt mir der Stein von der Seele, in der Heilung wird der Knoten abgeräumt und am Ende der Heilung bin ich gesund. Auch schulmedizinisch gesund. In der Schulmedizin erklärt man den Knoten für böse, was es gar nicht gibt in der Natur. Es gibt das Prinzip gutartig, bösartig, nicht in der Natur. Denken Sie nach. Es gibt nur eine sinnvolle Ordnung. Und wir Menschen sind Teil dieser Natur und deshalb kann in mir nichts gutartiges, bösartiges ablaufen, sondern es sind alles sinnvolle Programme, die mir helfen, die Ursache zu lösen. Und die Ursache von Brustkrebs ist der Sorgekonflikt. Ich muss der Mutter helfen, die Sorge um das Kind zu lösen. Das Kind muss gesund werden. Dann stoppt der Knoten und in der Heilung wird das Tuberkulose abgebaut. Die Mutter ist wirklich gesund. Während in der Schulmedizin schneidet man ja die Brust ab und schickt sie als geheilt nach Hause. Ich meine, das würden Sie mit Ihrem Auto nie zulassen. Sie fahren mit einem Platten in die Werkstatt, der schneidet Ihnen das Rad ab und sagt, das kann nie wieder passieren, das ist geheilt und Sie kriegen das Auto mit drei Rädern zurück und fragen Sie einmal, ob er einen Vogel hat. Also wenn wir die Schwelle zum Arzt hin überschreiten, geben wir in der Garderobe den Verstand ab. Also wir schalten das Denken ab. Das ist phänomenal, wie denen das gelungen ist. Wie Religion, wie Priester, Kirche und da müssen wir raus. Und wie gesagt, nichts glauben. Da brauchen Sie nichts glauben. Das können Sie am eigenen Körper erfahren. Und mit der Zeit wird das Glauben wissen und dann haben Sie die Angst verloren. Also das nächste Mal, wenn Sie Blut im Stuhl haben, müssen Sie sagen, boah, ich habe einen Darmkrebs in Heilung. Juchu. Weil lösen müssen Sie den. Wenn Sie den nicht lösen, haben Sie einen Darmverschluss. Dann benötigte das Tierchen ein Bewegungsapparat, Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln, ein zusätzliches Hirn des Marklager. Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn. Das Stammhirn, Kleinhirn nennen wir Althirn. Die Programme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung. Marklager, Kortex, Gehirn, Rinde nennen wir Neuhirn oder Großhirn. Die Programme machen in der aktiven Phase Zellschwund. Beim Bindegewebe nennt man das Nekrosen. Beim Plattenepithel Ulcus oder Ulzera, dieses Zellminus. Und Marklager, Bindegewebe, ist das Sitz des Selbstwerts. Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwert hat einen aufrechten Gang. Jemand, der im Selbstwert einbricht, hat Probleme mit Bewegungsapparat. Skoliose, Bechterew, Arthrose, Arthritis, Rheuma, Knochenkrebs, Anämie, Leukämie. Und wenn ich in der Natur einen Selbstwerteinbruch nicht löse, werden die Löcher größer und größer, bis der Knochen bricht, die Sehne reißt. Also hier hilft die Natur nicht gleich, weil dann bin ich Beutetier. Hier muss ich erst den Selbstwerteinbruch lösen. In der Heilung, die zugehörigen Chirurgen heißen Bakterien. Die helfen mit unter Schwellung diese Löcher wieder aufzufüllen. Das tut weh. Am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Der Knochen, die Sehne bleiben aber dichter und dicker ein Leben lang, damit das nicht mehr so leicht passiert. Das ist wie beim Knochenbruch. Am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, dicker als vorher, damit das nicht mehr so leicht passiert. Also hier liegt der biologische Sinn, die Therapie der Natur, erst am Ende der Heilung, aber dafür gleich ein Leben lang. Und aus dem Grund nennt Hamer diese Gruppe auch Luxusgruppe. Das komplexeste Hirn ist das jüngste. Die Gehirnrinde, die steuert jetzt das Plattenipithel und die Funktionsausfälle. Und da geht es um Trennung und um Revierkonflikte. Eine Trennung in der Natur ist die Katastrophe. Wenn das Junge von der Mutter getrennt wurde, das ist der sichere Tod für das Junge. Liebe Mutter, dein Kind siehst du nie wieder, vergiss es. Und die Mutter vergisst ihr Kind. Wir haben ein beinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis bei diesen Trennungskonflikten. Und Alzheimer sind viele oder schwere Trennungskonflikte. Und sollte wieder erwarten das Junge doch noch den Weg zur Mutter finden, nimmt die Mutter Junges nicht mehr an. Sie hat es vergessen, um den Konflikt zu lösen. Und gleichzeitig ulzeriert die Haut. Sie wird raus, sie schubbt. Kann man sich vorstellen wie so eine Klebestelle, die aufreißt. Und sie ist taub, sensorisch gelähmt. Die Mutter spürt dort nichts. Dort, wo die meiste Berührung zum Kind war, die Stelle ist taub. Und das hilft ihr ebenfalls, das Kind zu vergessen. Und der Sinn liegt hier in der aktiven Phase. Und in der Heilung wird die Haut unter Schwellung, Entzündung repariert. Dann haben wir den Neurodermitis-Schub, die Fieberblase oder das Exzem. Und das tut weh. Und wie typisch, 90 Prozent der Patienten laufen in einer Heilungsphase zum Schulmediziner, zum Heilpraktiker, zum Geistheiler, zum Ernährungsapostel. Und irgendwann ist die Heilungsphase rum. Und dann heißt es ja, das war das Antibiotika oder das Kortison. Nein, das war das Globuli. Nein, das war die Ernährungsumstellung. Und in Wirklichkeit heilen kann sie nur der Körper selber. Das zweite große Thema ist Revier. Da realisiert die Natur zwei wichtige Punkte. Erstens die Rangordnung und zweitens die Vermehrung. Die Rangordnung, so wie die Firma, die braucht einen Chef und jede Menge Mitarbeiter. Sonst funktioniert die Firma nicht. Und die Natur macht es über Konflikte. Der klassische Revierkampf, der Stärkere besiegt den Schwächeren. Und bei diesen Revierbereichskonflikten haben wir auch die Fixierung. Und der Unterlegene, der hat jetzt im Revierbereich den Hamerschen Herd. Und im Schockmoment programmieren sich die Schienen ein. Die Schiene ist im Prinzip die Allergie. Jetzt programmiert sich da der Alpha ein. Und jetzt ist der schwul fixiert auf dem Alpha. Und was der Alpha sagt, ist das Amen im Gebet. Wenn der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf, jawohl Chef. Und so können sie erfolgreich jagen und existieren. Es bedarf eines Kommandos, einer Struktur. Und übrigens diese Sprache, diese Rangordnung ist interanimalisch. Wir Menschen können das beim Wolf erkennen, wir können das beim Gorilla erkennen, wer da der Alpha ist. Das Tier kann das bei uns erkennen, bei den anderen Tieren erkennen. Das ist interanimalisch. Das versteht ja jeder. Aber wie, naja, lassen wir das. Ihr wollt sagen, wie ein schwuler Außenminister werden hat können, das versteht man so einfach nicht. Und das zweite wichtige Thema, das Vermehren. Wenn jetzt das Weibchen ihren Eisprung hat, steht der Alpha zur Verfügung. Der Zweitwolf, der ist ja schwul fixiert auf dem Alpha, bei dem ist die Liebe da im Keller. Der hat gar keinen Bock. Und so hat das Weibchen für ihre Kinder immer den Besten, den Alpha. Und seien wir sie ehrlich, welche Frau möchte nicht den Besten? Alle möchten sie den Besten. Diese Revierbereichs-Sonderprogramme, Braunchen, Herzkranzgefäße, Lebergeilengänge, der Haaren weg, diese Hohlorgane sind in und mit Plattenepidil austapeziert und in der aktiven Phase ulzeriert das weg. So wie die äußere Haut. Dadurch wird das Lumen größer, der Querschnitt. Ich kriege mehr Luft in die Lunge, ich kriege mehr Blut zum Herzmuskel, ich kriege mehr mit mehr Urin das Revier besser markiert. Also der Sinn ist da in der aktiven Phase eine Funktionsverstärkung, aber durch Zellminus. Die Natur kann alles. Und in der Heilung wird es unter Schwellung, Entzündung repariert, die Bronchitis oder die Hämorrhoiden, wir sprechen auch noch, so wie die äußere Haut und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Und dann gibt es noch die Funktionsausfälle, Verlust des Geruchssinns, des Sehsins, des Hörsins. Es gibt die Lähmung, Diabetes. Da ist der Funktionsausfall in der aktiven Phase der Sinn. Wenn ich zum Beispiel Angst im Nacken habe, eine Gefahr, die ich nicht abschütteln kann oder eine Gefahr, der ich nicht ins Auge blicken kann. Was machen Kinder, wenn sie sich fürchten? Die Augen zu. Und jetzt habe ich in der aktiven Phase ein Funktionsausfall, eine verminderte Sehkraft. Und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert, dann habe ich mehr oder weniger die Netzhautablösung. Am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück, aber es bleibt eine Vernarbung. Und das muss ich dann korrigieren mit den Brillen. Also bei allen Programmen bleibt schlussendlich eine Vernarbung. Aber ich bin fast wieder wie neu. Ja, wenn ich mich verletze, bleibt ja auch eine Narbe. Aber der Körper repariert sich selber. Ja, ich meine, das ist ja ein Wunder. Ich hätte kein Auto, was sich selber repariert. Das geht nicht. Und wenn man das eben aus der Entwicklungsgeschichte heraus betrachtet, sieht man auch eine Logik. Das ist in sich schlüssig. Keinblatt verwandte Organe haben keinblatt verwandt ihre Konflikte, ihre Hirnrelais, ihr Verhalten, ihren Sinn, ihre Mikroben, ihre Krisen. Ich muss mir nicht alles merken. Es gibt ein paar rote Fäden. Wenn ich die gefunden habe, kann man vieles ableiten. Wenn ich das Gewebe weiß, dann weiß ich zum Beispiel den Konflikt. Ist ein Ärger, ist ein Selbstwerteinbruch. Ich weiß sogar, ob der Konflikt aktiv oder gelöst ist. Allein nur vom Symptom her. Ich weiß, mit der Händigkeit hat das mit Partner oder Mutter, Kind zu tun. Ich weiß, wann ich den Konflikt suchen muss, dort, wo die Symptome begonnen haben. Also wir können ja die Organebene ausdeutschen. Aber Achtung, niemand war bei ihrem Konflikt dabei. Verraten können nur Sinn selber. Und niemand kann ihnen das Problem mit Nachbarn lösen. Das müssen sie auch selbst. Und niemand kann sie heile machen. Es gibt kein Mittel gegen Morbus Crohn oder gegen Diabetes. Aber es gibt Spontanheilungen. Es existiert ein Mechanismus, der uns gesund werden lässt. Und genau auf diesen Mechanismus ist Hammer gestoßen. Und eine Spontanheilung hat üblicherweise keine Nebenwirkung, kostet fast nichts und ist ungemein menschlich. Und dieses Wissen möchte man uns vorenthalten und das dürfen wir nicht zulassen. Und Hammer ist es eben gelungen, mit fünf Naturgesetzen die komplette Medizin zu beschreiben. Das erste Gesetz beschreibt die Ursache. Jedes Sonderprogramm, egal wie das heißt, bis auf Vergiftung, Verletzung, Mangelernährung. Da brauche ich keinen Konflikt lösen. Aber ob das Schnupfen heißt, Periodenschmerzen, Migräne oder Durchfall, beginnt mit einem Schock. Hochakut, isolativ am falschen Fuß. Der assoziierte Konfliktinhalt bestimmt die Lokalisation des Hamerschen Herdes und dadurch die Organerkrankung. Habe ich da einen Ärger, habe ich den Hamerschen Herd im Stammhirn und ich reagiere mit Zellvermehrung vom Drüsengewebe. Habe ich da eine Verletzung meiner Integrität, habe ich den Hamerschen Herd im Kleinhirn. Ich reagiere mit Zellvermehrung von den inneren Häuten, drüsenähnlich. Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hamerschen Herd im Marklager und ich reagiere mit Zellschwund, Bindegewebe. Habe ich einen Trennungsrevierkonflikt, habe ich den Hamerschen Herd in der Gehirnrinde. Ich reagiere mit Zellschwund, Blattenepidil oder Funktionsausfall. Und zwar so lange, bis ich die Ursache löse. Wenn ich da nur das Symptom wegschneide, kommt es irgendwann wieder. Und der Patient kommt in keine Erholungsphase. Also nur das Symptom wegschneiden, das ist Steinzeit. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Und eine Medizin, die die Psyche nicht berücksichtigt, ist ebenfalls Steinzeit. Oder eben ein lukratives Geschäft. Und meist ist schon das Symptom der aktiven Phase auch die Therapie der Natur. Durch Zellvermehrung eine Funktionsverstärkung oder durch Zellschwund eine Funktionsverstärkung. Oder manches Mal ist der Funktionsausfall der Sinn. Gerade beim Bindegewebe habe ich den biologischen Sinn erst am Ende der Heilung eine bleibende Funktionsverstärkung ein Leben lang. Die Luxusgruppe. Und erst mit der Konfliktlösung stoppt die Zellteilung, stoppt der Zellschwund, kehrt die Funktion wieder. Also das erste Gesetz beschreibt die Ursache. Das zweite die Lösung. Und mit der Konfliktlösung komme ich in die Erholungsphase. Bisher habe ich ja von meinen Kraftreserven gezehrt. Ich habe ja kaum gegessen, kaum geschlafen. Und jetzt wird gefuttert und jetzt wird geschlafen bis in die Mittagszeit. Aber jetzt komme ich halt zusehends in die tiefe Vagotonie. Alles wird unter Schwellung tuberkulös abgebaut, unter Schwellung aufgefüllt. Im Hirn entsteht das Ödem. Dort, wo der Amascheherd vorher schießscheibenförmig war. Das ist ein raumfordernder Prozess, verursacht mir entsprechende Hirnsymptome. Und jetzt geht es mir schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich komme ja zusehends in die tiefe Vagotonie. Und um das zu stoppen, hat die Natur die Krisen eingebaut. Mit Schwung werde ich wieder Richtung Gesundheit buxiert. Alle Krisen verlaufen Sympathikoton mit Engstellung der Gefäße, kalter Schweiß. Der Patient in der Krise ist eiskalt. Kurz zuvor war er gerade noch kochend heiß, plötzlich ist er eiskalt. Abhängig von der Konfliktmasse. Kann das ein Sekundenpick sein? Das müssen Sie nicht immer bemerken. Kann aber durchaus so 1, 2, 3, 4, 5 Tage dauern. So mit Vor- und Haupt- und Nachkrisen. Sämtliche Krisen kommen immer in der tiefsten Entspannung. Nie im Stress. Wann habe ich die tiefste Entspannung? Eben in so einer Heilungsphase gegen 4 Uhr morgens. Und die imposanten Krisen sind die von der Hirnrinde. Da habe ich die Absenz, die Epilepsie, die Migräne, den Herzinfarkt. Und die Krise selber erleben Sie alle. Der kritische Punkt liegt nach der Krise. War die Krise ausreichend stark? War die Konfliktmasse entsprechend klein? Dann schaffe ich die Kurve zurück in die Gesundheit? An der Stelle sagten die früheren Ärzte, jetzt ist es über dem Berg. Die Krise war der Berg. Oder war die Krise zu schwach? Oder war die Konfliktmasse zu groß? Sterben tut man in der tiefsten Vagotomie. Und mit der Konfliktlösung, übrigens auch jede Krise ist ein Grund zur Freude. Ich habe einen Konfliktlösung keinen. Das Problem ist ja die Schiene, die man dann wieder Rezidive verursacht. Besprechen wir noch kurz. Und in der Heilungsphase schaltet unser Hirn die Mikroben an, die Chirurgen. Die Mikroben habe ich immer um mir, an mir und in mir. Arbeiten tun sie nur auf meinem Befehl. Und der ist Konfliktlösung. Und die Althirnmikroben räumen, den Darmkrebs ab, den Brustkrebs. Den brauche ich ja nicht mehr. Ich habe ja die Ursache gelöst. Und die Bakterien, die brauche ich beim Bindegewebe, die müssen mir die Löcher auffüllen. Und beim Plattenepithel dachte man bisher, dass Virus, ja Schnupfen oder Gebärmutter, Mund, Hals oder die Lebergallengänge, die Hepatitis, meint man ja das Virus. Aber das gibt es überhaupt nicht. Das war eine Hypothese von Pasteur. Hat sich aber nicht bewahrheitet. Es gibt bis heute kein fotografiertes Virus. Und wenn Sie hören, im Betreuten denken, ja die Grippe ist im Armmarsch, das Grippevirus läuft zum Impfen, ja dann wissen es Fake News. Ja, wem nützt es? Ja diese Frage zu stellen, das ist oft wirklich sehr sehr ergiebig. Wem nützt das Ganze? Und alles was chronisch verläuft, läuft über China. Die China ist die Allergie. Und ob man das jetzt Pollenallergie nennt oder Milchallergie nennt, ja, ich kann genauso gut allergisch auf den Nachbarn mit dem Darm reagieren. Ja, der Mechanismus ist dasselbe. Jede Allergie, jede Schiene zeigt hin zum Konflikt, hoch akut, isolativ am falschen Fuß. Künftig reicht es aber, den Nachbarn zu hören, die Milch zu trinken, die Pollen zu realisieren und ich habe ein Rezidiv. Es fängt wieder von vorne an. Ein Konflikt ist dann gelöst, wenn es nicht mehr passieren kann. Wenn ich drüber lachen kann oder wenn ich drüber hinwegkomme. Ja, wenn es meinem Arsch vorbeigeht. Dann lösen sich die Schienen auf und dann bin ich gesund. Und ich habe wieder meinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Aber solange ich nicht drüber lachen kann, solange wirken diese Schienen. Die Schiene ist ja nichts anderes als ein Frühwarnsystem. So wie ein Radar, so bieb, bieb, Achtung, damals war es komplett gleich, zack. Und es startet schon im Vorfeld das Sonderprogramm, was mir helfen soll, mit dem Problem fertig zu werden. Es ist ja nicht das Programm das Problem. Es ist die Ursache das Problem. Das ist das Umdenken. Das ist der Paradigmenwechsel. Wo muss ich ansetzen? Beim Symptom oder bei der Ursache? Natürlich bei der Ursache. Und ich kann heute über die Schienen dann gelegentlich, also wenn ich den Nachbar einmal im Monat sehe, für eine Stunde, habe ich dann anschließend einmal im Monat für eine Stunde Durchfall. Sehe ich ihn jeden Tag, habe ich permanent Durchfall. Oder zieht er bei mir ein als Asylant ins Wohnzimmer, dann habe ich Darmkrebs. Also es ist immer nur der Nachbar, aber abhängig davon, wie oft sehe ich ihn, wie oft komme ich auf die Schiene. Kann man dann einen kompletten Pschirempel füllen mit allen möglichen Symptomen. Und alphabetisch sortiert. Das ist das System der Schulmedizin. Die Händigkeit ist in der germanischen Heilkunde etwas ganz Wichtiges, mindestens so wichtig, wie zu wissen, welches Geschlecht man hat. Also ich hoffe, Sie wissen Ihr Geschlecht. Haben Sie gewusst, dass es 50 verschiedene Geschlechter gibt? Was Sie alles lernen bei mir. Gender macht es möglich. Also Schwachsinn hoch drei. Der biologische Rechtshänder klatscht mit der rechten in die linke. Und der Linkshänder umgekehrt. Und die bewegende Hand ist die Partnerhand. Also beim Rechtshänder ist die linke Seite, Körperseite, vom Scheitel bis zur Sohle, die Mutter-Kind-Seite. Da leidet er Konflikte wegen oder um seine leibliche Mutter, Person älterer Generation oder wegen oder um sein leibliches Kind, Person jüngerer. Beim Rechtshänder ist rechts die Partnerseite. Hier leidet er Konflikte wegen oder um seinen Partner. Das sind alle anderen Personen, mit denen wir zu tun haben. Meist aus der gleichen Generation. Der Lebenspartner, die Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen, der Gegner, der Rivale, der Hausfreund meiner Frau ist Partner oder der Finanzbeamte. Aber auch der Vater, Schwiegereltern, Opa, Oma sind Partner. Und beim Linkshänder ist es umgekehrt. Da ist links die Partner und rechts die Mutter-Kind-Seite. So, das war jetzt eine Kurzwiederholung der Grundlagen. Das muss einfach sitzen. Und dann können wir schön langsam die Organ-Ebene ausdeutschen. Und Sie werden staunen, wie präzise diese ganze Sache ist. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Unser Körper ist präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Und Hamer hat darin Naturgesetze entdeckt. Also, ich bin Software-Techniker. Ich weiß, was ein Programm schreiben bedeutet. Aber wer dieses Programm geschrieben hat, genial. Wir verehren die Schöpfung, aber wir machen uns kein Bild vom Schöpfer. Also, so mit dem Bärtigen haben wir es nicht. Da wären wir mir persönlich auch 320-jährige Göttinnen viel lieber. Jetzt beim Darm muss man einmal unterscheiden zwischen dem Drüsengewebe, die Darmzotten, die quasi den Tumor machen. Und die glatte Muskulatur, was Verstopfung und Durchfall macht. Und beginnen möchte ich mit der glatten Muskulatur. Die finden wir nämlich auch. Zum Beispiel bei Gebärmutterkörpern ist das Myom, ist glatte Muskulatur. Wir finden das aber auch beim Herzen, beim Vorhof, glatte Muskulatur. Das Vorhof-Flimmern, das ist im Prinzip Durchfall des Herzens. Wir finden auch die glatte Muskulatur bei der Iris, die auf und zu macht. Wir finden auch glatte Muskulatur bei den Krampfadern, Klotz am Bein. Und das Prinzip der glatten Muskulatur unterscheidet sich grundlegend von der quergestreiften Muskulatur, die Skelettmuskulatur, aber grundlegend, das können Sie nirgendwo in einem medizinischen Schulbuch nachlesen. Bei Hamer können Sie das nachlesen. Und wenn ich jetzt einen Brockenkonflikt habe, also ich habe etwas verschluckt und das liegt jetzt quer. Also nehmen wir an, da steckt etwas. Das kann jetzt, wie gesagt, die Natur assoziiert, das kann jetzt zum Beispiel eben der hässliche Ärger sein, da mit den Nachbarn. Dann habe ich ein Stück mundwärts die Darmzotten, die jetzt Zellplus machen und gleichzeitig reagiert in diesem Bereich die glatte Muskulatur. Und zwar, also die zwei Sonderprogramme laufen immer synchron. Die glatte Muskulatur und die Darmzotten. Und jetzt konzentrieren wir uns einmal auf die glatte Muskulatur. Und der Konfliktinhalt ist ebenfalls natürlich der Brocken, den ich nicht weiter transportiert bekomme, weil er da steckt. Der unvertauliche oder der hinterhältige Ärger. Übrigens, das Hirnrelais ist im Mittelhirn. Also Stammhirn, Kleinhirn ist das Althirn, Marklagerkortex ist das Neuhirn und da mittendrin, da liegt das Mittelhirn. Und in der Tabelle finden Sie das links unten. Übrigens, die Tabelle ist, sagen wir nur mit der Tabelle fangen Sie nicht viel an. Sie brauchen die Theorie dazu. Aber die Tabelle ist quasi, wenn man es studieren möchte, natürlich unabdingbar. Und jetzt macht der Darm lokal, dort wo der Brocken assoziiert wird, lokal verstärkt Peristaltik, um diesen Brocken zu lösen. Und gleichzeitig Zellvermehrung, also die glatte Muskulatur wird dicker, stärker. Und das ist der Sinn. Und der restliche Darm wird in Ruhe gelegt. Und das ist jetzt die Verstopfung. Die Verstopfung ist konfliktaktiv. Oder wird unter Umständen auch als paralytischer Ileus diagnostiziert. Als Darmlähmung. Es gibt keine Darmlähmung. Außer durch Morphium. Besprechen wir gleich. Das heißt, ich habe jetzt die lokal dort verstärkte Muskulatur. Und die bewegt sich verstärkt, um den Brocken zu lösen. Synchron habe ich Zellvermehrung der Darmzotten. Die Verdauungssäfte produzieren. Und beide Sonderprogramme wirken gezielt auf die Ursache, den festsitzenden Brocken zu lösen. Wenn sich der löst, dann stoppt die Zellteilung bei der glatten Muskulatur. Sie wird aber nicht abgebaut. Glatte Muskulatur bleibt. Krampfadern bleiben. Myom bleibt. Und lokal beruhigt sich die Peristaltik. Und der restliche Darm macht Kolik. Und das ist jetzt der Durchfall. Also Durchfall, Kolik ist nicht die Krise, sondern die Heilungsphase. Und wenn jetzt der komplette Dickdarm Kolik macht, der heißt auch Grimmdarm. Ich weiß nicht, ob es da hier rührt, weil das ist wirklich grimmig. Das ist, als würde sich ein Schwert im Bauch umdrehen. Also ich kenne da einen Fall, der hat das nicht ausgehalten. Der hat sich die Kugel gegeben. Und wenn man da Morphium nimmt, Morphium lähmt den Darm. Und die Kolik ist sofort weg. Und man denkt, ach, ist das angenehm. Aber man schiebt die Heilungsphase nur wie eine Wasserwand vor sich her. Irgendwann lässt die Wirkung nach vom Morphium und die Kolik schwappt wieder über einen. Und dann greift man wieder zum Morphium und der Darm ist wieder gelähmt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man verhungert, weil der Darm gelähmt bleibt durch das Morphium. Oder man erträgt die Schmerzen. Und wenn man da einmal Morphium genommen hat, das ist ein Teufelszeug. Sie kommen da kaum mehr weg. Das ist auch die Wurstigkeitsspritze. Wenn da die Oma in die Klinik kommt und die Oma ist ganz aufgeregt und meine Güte muss jetzt ins Spital und zack, kriegt sie einmal ein Morphium und ist wegbeamt. Das ist ein schönes Gefühl, das Morphium. Das ist eine Droge. Man ist ja ziemlich rasch süchtig drauf. Und wenn man da einmal hingegriffen hat, da kommt man nur mehr ganz schlecht weg von dem Morphium. Und in der tiefsten Vagotonie, da ist auch das Ödem im Hirn am größten. Das Morphium wirkt von jetzt auf dann Sympathikoton. Und in der Sympathikotonie gibt es kein Hirnödem. Und da surgt das Hirnrelais zusammen wie ein gespanntes Gummiband. Und die sterben dann hirntot. Das ist auch der goldene Schuss, funktioniert auch so. Der spritzt ganz normal, aber er hat sein Ödem im Schädel und in dem Fall war das zu viel. Also Morphium, das ist, Sterbehilfe wird praktiziert mit Morphium. Die werden eingeschläfert, wegspritzt. Und das ist, ich meine, der Patient ist Chef. Wenn er sagt, er kann nicht mehr, er möchte nicht mehr. Und du kannst an der, der sich umbringen möchte, nicht daran hindern. Aber wir klären ihn drauf, machen ihn aufmerksam, Achtung, das ist Sackgasse, du kommst da nicht mehr raus. Aber wir können ja auch sagen, wie lange es dauern wird. Ja, wenn ich die Konfliktmasse weiß, wenn ich meinen Konflikt weiß, wenn ich die Lösung weiß, dann kann ich die Konfliktmasse abschätzen. War das jetzt eine Woche, war das drei Monate, dann weiß ich ja in der Heilungsphase, wie lange die Heilungsphase dauern wird. Eine Woche oder drei Monate. Und das ist noch immer das beste Schmerzmittel. Ja, wenn ich, ich kann, ich sehe quasi den Silberstreif vom Horizont. Ich kann mich darauf einstellen, wie ich auf eine schwere Arbeit, die halt zu vollrichten habe. Mit Morphium ist das, ist die Sackgasse. Und in der Krise hat man wieder so eine Wiederholung der aktiven Phase. Sprich, lokal verstärkt Peristaltik und der restliche Darm ist in Ruhe. Also in der Krise haben wir wieder Verstopfung. Und die meisten kommen ja so in der tiefsten Vagotonie. Wenn die jetzt während der Krise in der Klinik sind, haben die vom Schulmediziner erst recht die Diagnose Paralyptischer Ileus. Und dann schneidet man ihnen den Darm raus. Und der Darm wächst nicht mehr nach. Und dann, also ich kenne da einen Fall, den hat man den kompletten Dickdarm rausgeschnitten und den Dünndarm, einen Mastdarm. Und der läuft jetzt 20 Mal am Tag auf die Toilette. Und das sein Leben lang. Und die Frage wäre gewesen, war das überhaupt notwendig, dass man ihm dort den ganzen Dickdarm rausschneidet. Aber in der Schulmedizin wird halt nach Protokoll vorgegangen. Und wenn ein Arzt dieses Protokoll nicht einhält, hat er ein Problem. Wenn Sie sagen, bitte nicht so weit im Gesunden, nur dass der Darmverschluss weg ist, der ist Chef des Verfahrens und Sie können nichts dagegen machen. Wenn er es nach Ihrem Wunsch vorgeht, hat er ein Problem. Und das ist eben, in der Schulmedizin wird Schulmedizin praktiziert. Punkt. Und das ist halt die momentane Situation. Wir haben keine Klinik. Wir bräuchten einfach eine Klinik, wo man sinnvoll vorgeht. Auch jetzt, heute war da eine E-Mail, ich glaube eh, genau, das war irgendwas mit dem Darm. Und hat es geheißen, das ist ganz böse, und wenn sie das nicht operieren lässt, dann wird sie sterben. Hat sie den Darm rausschneiden lassen, und dann hat es geheißen, nein, war gar nicht bösartig. Aber jetzt hat man das Problem festzementiert. Ja, die hat den Darm nicht mehr. Und einfach so, war doch nicht bösartig. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und niemand wird da belangt oder so. Fürchterlich. Und da kannst du die Wehren mit Händen und Füßen, die machen es trotzdem. Und diese Verdickung, die bleibt. Also wie gesagt, Krampfadern bleiben, Myome bleiben. Das wird nicht abgebaut. Und wenn man jetzt vielleicht ganz kurz das gegenüberstellt, die Lähmung, der Muskelschwund, die quergestreifte Muskulatur, da habe ich in der aktiven Phase Nekrosen, Muskelschwund, und ich bin gelähmt. In der Heilung wird es unter Schwellung aufgefüllt, die Muskulatur, und am Ende der Heilung ist die Muskulatur stärker als vorher. In der Krise habe ich den epileptischen Krampfanfall. Und beim Darm habe ich in der aktiven Phase Zellplus, glatte Muskulatur, und das bleibt. Und habe in der aktiven Phase lokal verstärkt bei Restaltik, der restliche Darm ist in Ruhe, und in der Heilung arbeitet quasi der ganze Darmkulik, der Durchfall. Und in der Krise habe ich wieder kurz Wiederholung der aktiven Phase. Diese Gegenüberstellung, wie gesagt, die finden Sie in keinem schulmedizinischem Handbuch. Und das, was ich da erklärt habe mit der glatten Muskulatur, gilt jetzt für sämtliche Darmabschnitte. Also wir haben da den Zwölffingerdarm, wir haben den oberen Dünndarm, den unteren, wir haben den Blinddarm, wir haben den Dickdarm, aufsteigend, quer und querliegend, abfallend. Wir haben das Sigma und das Rektum. Und da gilt das Prinzip von der glatten Muskulatur generell. Der übergeordnete Konflikttopf ist der Brocken, ist der Ärger. Also der Darm ist der Ärger. In der aktiven Phase habe ich Verstopfung, in der Heilung habe ich Durchfall. Also das Prinzip gilt für den kompletten Darm. Und jetzt hat jeder Darmabschnitt noch einen bestimmten Konfliktinhalt, einen bestimmten Aspekt. So, noch etwas. Was so generell auch für das komplette Drüsengewebe gilt. Es gibt ja den flachwachsenden Darmkrebs und den blumenkohlartigen Darmkrebs. Und das hat einen Grund. Also im Konfliktschock, hoch akut, isolativ am falschen Fuß, es geht um den Brocken. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den Brocken nicht loswerde, oder ob ich den Brocken nicht aufnehmen kann. Also, das Beste ist, man denkt an den Wurm, an unseren Vorfahren. Der schwebt da im Meer und reißt das Maul auf und zu und da kommt da so ein Brocken daher. Jetzt musst du einmal schauen, schmeckt denn das Zeug? Also wir brauchen eine sensorische Qualität. Wenn es schmeckt, muss geschluckt werden. Wir brauchen eine motorische Qualität. Dann habe ich diesen Nahrungsbrocken in mir drin. Jetzt muss der abgetaut werden. Wir brauchen eine sekretarische, also Vertauungshäfte. Und das ist dann im Konfliktfall die blumenkohlartige Version. Und dann habe ich den Speisebrei vorliegen und jetzt muss ich den aufnehmen, den Speisebrei. Und das ist das Flachwachsende. Also eine größere Oberfläche, damit ich es besser aufnehmen kann. Und dann müssen die unvertaulichen Anteile ausgeschieden werden. Wir brauchen eine exkretarische Qualität und dann gibt es noch die hormonproduzierenden Drüsen. Und dieses Prinzip finden wir jetzt nicht nur beim Darm, sondern das finden wir auch zum Beispiel beim Magen. Beim Magen gibt es auch die flachwachsende Version oder das blumenkohlartige. Und Sie sehen schon, wie präzise wir das ausformulieren können. Hat der jetzt im Magen den blumenkohlartigen, dann wissen wir, es liegt mir im Magen, ich kriege den Brocken nicht abgedauert. Oder hat er das Flachwachsende, dann wissen wir, aha, der hat zwar den Brocken, den er haben möchte, aber er kann ihn nicht aufnehmen, er kann ihn nicht umsetzen. Also wir können die Psyche, was der Patient erlitten haben muss, sehr präzise ausformulieren. Aber niemand war bei ihrem Konflikt dabei. Ob das jetzt der Ärger mit den Nachbarn ist oder mit der Schwiegermutter oder mit dem Chef, das können nur Sie verraten, sonst niemand. Es war ja niemand bei Ihrem Schock dabei. Und Sie als Betroffener sind der Chef des Verfahrens. Und das muss uns nur bewusst werden. Wir sind für unsere Schritte, die wir im Leben setzen, selbstverantwortlich. Und wir können jetzt, dadurch, dass wir diese Zusammenhänge verstehen, Psyche und Organ, das Individuum, was ja nicht trennbar ist, können wir jetzt, sagen wir, auch unseren Körper steuern. Wir können uns jetzt durch das Wissen, das erste Mal über unseren Tierkörper erheben. Und jetzt sind wir wirklich Mensch. Und wenn ich es schaffe, beim Partner, beim Kind, beim Hund, einen Konflikt auszuräumen, sodass der gesund wird, heilen kann er sich ja nur selber. Ich kann ihm helfen dabei. Das ist doch menschlich. Und das ist das Schöne. Ich meine, wie gesagt, Augen und Füße, ich bin Techniker, ich bin kein Mediziner, aber ich bin fasziniert von der Schöpfung. Der Zwölffingerdarm, der hat die Länge von Zwölffingerbreiten. Deshalb heißt er Zwölffingerdarm. Achtung, nicht das Rote. Das Zwölffingerdarm geschwürt, das besprechen wir noch. Wir besprechen jetzt das Gelbe. Und das ist natürlich wieder der Brocken, der Ärger. und übrigens, das konfliktträchtigste Umfeld ist die eigene Familie. Der Freundeskreis, der Arbeitsplatz. Und Partner heißt ja, Achtung, in der gelben Gruppe hat Partner, Mutter, Kind nichts verloren. Nur, die Partnerseite, Partner ist ja jeder, andere, bis auf Mutter, Kind. Das ist der Partner. Nur, sind das natürlich Personen, mit denen ich zu schaffen habe. Also, das Umfeld ist das, mein Umfeld. Mit der Merkel haben sie keinen Konflikt. Mit der Merkel, mit der haben sie nichts zu schaffen oder mit dem Papst. Aber mit dem Chef, mit dem Partner, mit der Schwiegermutter, mit den Nachbarn. Ja, also, das konfliktträchtigste Umfeld ist die eigene Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis, der Arbeitsplatz. Da muss man die Konflikte suchen. Und, in der aktiven Phase, macht es jetzt ein Zell plus. da, und, und es beginnt einmal flachwachsend. Ja, der Zwölffingerdarm, der Dünndarm ist flachwachsend. Und flachwachsend ist immer aufnehmen. Ja, der ganze Dünndarm entzieht ja auch dem Speisebreites Wasser. Also, resorbieren, aufnehmen. und der Dickdarm kann dann schon blumenkohlartig werden. Und je weiter es zum Rektum, Richtung Rektum geht, umso eher ist blumenkohlartig. Und blumenkohlartig hat man halt relativ, relativ rasch einmal einen Darmverschluss. Und da muss ich unter das Messer. Achtung, germanische Praktizieren heißt auch Notfallsmedizin. Also, wenn Sie sagen mal, wenn ein Darmverschluss droht, ja, Sie haben einen Ärger auf dem Arbeitsplatz, und jetzt, um den Konflikt zu lösen, bräuchten Sie in der Kürze der Zeit einen adäquaten Ersatzarbeitsplatz. Ja, den suchen Sie sich einmal in der Kürze der Zeit. Und solange die Ursache nicht ausgeräumt ist, haben Sie Zellvermehrung, und jetzt droht der Darmverschluss. Und jetzt müssen Sie unter das Messer, sonst sind Sie tot. Und dann sprechen wir von germanischer Praktizieren. Aber nicht weit im Gesunden und ohne Käme und ohne Bestrahlung. Das ist wie der Schulmediziner Schwachsinn. Aber das kriegen Sie halt nirgends. Das ist ja das Problem. Und wir müssen es schaffen, die germanische legal zu kriegen, im eigenen Interesse, im Interesse der Kinder. Weil wenn es einmal so weit ist, dann ist es zu spät. Ja, wenn Sie einmal die Diagnose haben, oder wenn Ihr Kind einmal die Diagnose hat, dann ist es spät. Jetzt, jetzt, solange wir gesund sind, müssen wir sich das erstreiten. Und das ist eben der Sinn, ja, flach wach sein, besser aufnehmen können, und in der Heilung habe ich wieder tuberkulösen Abbau, und dann habe ich eben oft so Darmschleimhautfetzen im Stuhl und gelegentlich auch Blut. Und ich habe natürlich, wie gesagt, aktiv Verstopfung, Heilung, Durchfall. In der Krise bin ich kalt, vom Drüsengewebe her unauffällig. Vom Darm, von der glatten Muskulatur her, habe ich wieder kurz Verstopfung. Und am Ende der Heilung hat sich die Peristaltik normalisiert, und es bleiben Narben. So wie im Hirn, ja, bleibt ja auch eine Vernarbung, im Hirnrelais bleibt auch auf der Organebene eine Vernarbung, aber ich bin wieder gesund. Ja, und das ist auch so, für alle Programme gilt das. Narben, Narbengewebe bleibt überall. Aber ich bin wieder gesund. So, vielen Dank für den tollen neuen Erkenntnisse mit der Heilungsphase. Also je länger der Konflikt, ein Jahr braucht dann ein Jahr für die Heilung. Also, naja, sagen wir, ein Jahr lang, was würde das bedeuten, ein Jahr lang Konflikt aktiv beim Darm? Sie haben ein Jahr lang Verstopfung, Sie haben ein Jahr lang Zellplus. Ich weiß nicht, ob es da, ich meine, es gibt Konflikte, die habe ich runter transformiert. Ja, gerade, dass es halt ein Konflikt sind. Ja, das ist schon möglich. Aber dann haben sie natürlich in der Heilungsphase, eine heftige Konfliktmasse abzuarbeiten und das dauert natürlich entsprechend lange. und, also, man kann so sagen, so im Groben, die aktive Phase dauert, solange die aktive Phase dauert, solange dauert die Heilung. Aber meistens ist es ja so, dass der Patient in einer sogenannten hängenden Heilung ist. Also, er hat immer wieder Darm zwicken und Durchfall und dann ist er wieder mal aktiv und kommt wieder in die Heilung und rein und raus und rein und raus. Colitis, Morbus Crohn ist eine hängende Heilung. Also, da gibt es dann auch eine Schiene, die ihn immer wieder an den Konflikt erinnert. Und man muss, die Schiene gehört zum Konflikt. Also, wenn ich, sagen wir, mit den Nachbarn den Ärger habe, dann ist der Nachbar die Schiene. und ich habe ja mit den Nachbarn den Ärger. Sonst mit niemandem, mit den Nachbarn habe ich den Ärger. Und jetzt ist der Nachbar die Schiene und künftig reicht es, den Nachbarn zu sehen, zu hören oder vor ihm zu träumen. Im Traum, da sind sie ja live dabei, das ist ja wie echt. Und dann macht der Darm wieder Zell plus und dann haben sie den Nachbarn wieder aus dem Kopf und dann kommen sie wieder in die Heilung. So lange, bis sie ihn halt wieder sehen. Und dann kommen sie eben in eine hängende Heilung. Und dann gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Entweder ich meide den Nachbarn, bin ich gesund. Aber ich kann auch von ihm träumen. Oder ich löse wirklich den Konflikt mit den Nachbarn. Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder trifft ihn der Blitz und der ist am Friedhof, dann ist der Konflikt gelöst. Oder ich denke mir, ich stehe doch drüber. über den Dummkopf. Dass er mir am Arsch vorbeigeht. Dass ich die Aktien rauskriege aus den Nachbarn. Bin ich auch gesund. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass ich mich mit den Nachbarn versöhne. Dass wir gemeinsam drüber lachen können, über dieses Missverständnis. Dann bin ich auch gesund. Also Sie sehen schon, für einen Konflikt gibt es viele Möglichkeiten. Und die beste Lösungsmöglichkeit ist natürlich immer die, wozu der Patient selber stehen kann. Die todelsichere Variante ist Schiene meiden. Nachbarn meiden, Schwiegermutter meiden, Finanzbeamten meiden. Das ist die todelsichere Variante. Macht er jedes Viecherl. Der Hund, der einen Tritt bekommen hat, macht einen Bogen um diese Person. Wir kriegen vom Schäfer einen Tritt und laufen weiterhin in die Firma. Und dann sind wir halt chronisch krank. Da agieren die Tiere klüger, die merken das Rezidiv, die merken den Stress und meiden es. Und wir sind so blöd und sagen, geht ja nicht, ich brauche ja und ich muss ja und die Zwänge und was sagen die Familienangehörigen, ich kann nicht schon wieder kündigen und so. Und dann sind wir halt chronisch krank. Dann der Dünndarm, da haben wir jetzt zum Ärger, zum unverdauerlichen Ärger den Aspekt des Verhungerns. Also ich ärgere mich und ich habe weniger. Was weiß ich, man nimmt mir die Butter vom Brot. Ja, also das, die Frechheit, ja, und ich habe jetzt weniger. Und das ist, das geht auf den Dünndarm. Und in der aktiven Phase macht es wieder Zell plus, flachwachsend und die resorptive Qualität und wie gesagt, flachwachsend, da kommt es quasi nie zum Darmverschluss. Und das ist der Sinn. Also das Symptom der Darmkrebs ist der Sinn. Ja, das versuchen sie jetzt einmal an Laien so zwischen Tür und Angel zu verklickern. Das geht nicht. Und der muss das im Vorfeld verstanden haben, dem Ertrinkenden die Schwimmern beizubringen, das gelingt nur in den seltensten Fällen. Mit der Konfliktlösung stoppt die Zellteilung und in der Heilung schaltet unser Hirn die zugehörigen Mikroben an, die Pilze, Pilzbakterien und jetzt wird das tuberkulös abgebaut und ich habe eben Darmschleimhautfetzen im Stuhl, es blutet gelegentlich und ihr habt Durchfall. Ja, der Durchfall kommt von der glatten Muskulatur, nicht von den Darmzotten. In der Krise wieder kurz Verstopfung und anschließend habe ich wieder Durchfall und am Ende der Heilung ist gut. Wenn ich damit eben in eine hängende Heilung komme, dann habe ich permanenten Durchfall und das ist beim Dünndarm nennt man das halt Morbus Crohn. Also wir müssen da zum Konflikt auch die Schienen finden, die zum Konflikt hingehört und Schienen, das kann ja alles mögliche sein, das kann jetzt der Nachbar sein, das kann aber auch die Milch sein, der Arbeitsplatz sein und das muss man halt rausfinden. Und wenn sie jetzt sagen wir, was sie zehn Jahre lang Morbus Crohn hatten, jetzt suchen sie einmal den Konflikt, der Konflikt selber, das ist ja eine Angelegenheit für einen Schockmoment, hoch akut, isolativ am falschen Fuß, das ist die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber erst wenn sie den Konflikt wissen, ah das war der Nachbar, das war nicht der Arbeitsplatz, das war nicht die Schwiegermutter, das war der Nachbar, erst dann wissen sie, was zu tun ist. Vorher tappen sie im Dunkeln und die Schiene zeigt eben hin zum Konflikt. Wenn ich aber jetzt sagen wir im Vorfeld, wie gesagt, das gehört in den Biologieunterricht, ich habe ja, die Symptome folgen ja in der Regel am Fuß. Also ich habe irgendwann einmal das erste Mal Durchfall und wenn ich jetzt meine Organebene ausdeutschen kann, dann weiß ich im Moment einmal, ich muss einen unvertaulichen Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns erlitten haben, hoch akut, isolativ am falschen Fuß, die drei Kriterien müssen zutreffen und ganz großes und, ich muss das gelöst haben, sonst habe ich nicht Durchfall. Und dann habe ich in der Regel den Konflikt noch frisch in Erinnerung, das war ja erst vor drei Tagen. Wenn ich aber zehn Jahre später versuche, den Konflikt zu finden, boah, das ist schwierig. Und deshalb ist das Wissen informieren Sie sich solange Sie gesund sind im Vorfeld so wichtig, weil dann kann man wirklich hocheffizient helfen. Ich brauche nicht zehn Jahre lang zum Schulmediziner laufen und mich mit Kortison abfüllen lassen, sondern ich kann hier schon überlegen, Moment einmal, was muss ich tun, damit das Problem gelöst ist? Und dann geht vielleicht sogar die Heilung zu Ende und ich erspare mir den chronischen Verlauf. Unspektakulär, aber hocheffizient. Wenn ich zum Beispiel dann eine Mauer ziehe, dass ich den Nachbarn nicht mehr sehe und nicht mehr höre, bin ich gesund unter Umständen. Ein schönes Tierfallbeispiel mit Morbus Crohn. Ein Ehepaar um die 40 kann keine Kinder bekommen und als Kindersatz legen Sie sich eine Spanielhündin zu. Sie stehen auf Spaniels, aber diese Spaniels, die neigen zur Fettleibigkeit. Das sind so richtige Müllschlucker und einen dicken Spaniel können sie überhaupt nicht leiden. Und jetzt wird die Hündin einmal am Tag gefüttert, strikt, einmal am Tag. Selber, aber schneiden so drei, vier Mal am Tag ein und dann sitzt die Hündin neben und schaut dann jeden Bissen hinterher und kriegt nichts ab. und sie war anderthalb Jahre alt und bekommt Morbus Crohn. Permanenten Durchfall und kein Geld zu schaden, sie flitzen mit ihrem geliebten Hund vor einem homöopathischen Tierarzt zum nächsten homöopathischen Tierarzt und niemand kann helfen. Und die Hündin verliert von ihren elf Killer vier bis fünf Killer. Die waren nur mal Haut und Knochen und konnte schon nicht mehr beim Spazierengehen mitlaufen. Und dann erinnert sich der Besitzer, er war doch einmal auf einen Vortrag vom Pilhaar und hat er sich die Diagnosetabelle vom Hammer gekauft. Jetzt schaut einmal nach, ob er da was findet. Bei Morbus Crohn. Unverteillicher Ärger mit Verhungerns. Und jetzt ist die Kunst des Therapeuten sich in den Patienten versetzen zu können. Man braucht Empathie. Und da ist nicht jeder dazu im Stande. Aber er liebt seine Hündin und er kennt seine Hündin und überlegt er unverteillicher Ärger mit Aspekt des Verhungerns. Sind das die Blicke, man bei jedem Bissen hinterher wirft, ist das vielleicht und überlegt er, das ändere ich jetzt ab. Und jedes Mal, wenn er gegessen hat, hat er der Hündin am Brocken abgegeben. Eine Woche später war der Morbus Crohn weg. Jetzt ist es ein bisschen runder, aber gesund. Die Therapie kostet nichts, hat keine Nebenwirkungen und ist ungemein menschlich. Und jetzt sind wir in der Lage, den Körper zu steuern. Das ist ja fast wie Hexerei. Ist es nicht. Im Gegenteil. Das sind Naturgesetze. Schöpfung. Was ist ein Naturgesetz? Die Schöpfung möchte so. Punkt. Und ob ich das wahrhaben möchte oder nicht, ob ich dran glaube oder nicht, ist der Natur egal. Und die Geschichte war mehrere Jahre aus. Jetzt ist es halt ein bisschen runter und dann waren sie auf Urlaub und da wurde sie mittlerweile bekocht. Die Hündin bekam ihr Schnitzerl Natur und im Urlaub, 14 Tage Urlaub, bekam sie das verbönte Dosenfutter. 14 Tage auf die Schiene, zu Hause bekam sie wieder ihr Schnitzerl Natur, 14 Tage Durchfall. Also so eine Schiene kann auch ein Leben lang wirken. Ein Pferd, was von einem großen dunklen Mann verprügelt wurde, macht für ihr Leben einen riesen Bogen um jeden großen dunklen Mann. Aber ist doch eine schöne Geschichte, oder? So, der untere Dünndarm ist jetzt ähnlich wie der obere, hat aber doch ein bisschen einen anderen Konflikt Inhalt. Ebenfalls der unvertauliche Ärger mit Verhungerungsangst im weitesten Sinne. Also was ihr seht, der Bruder kriegt immer mehr Spielzeug als ich oder ich dachte ich hätte den Brocken und plötzlich ist der Brocken weg. Also ich gebe ihnen was sie Geld um es zu veranlagen und dann stellt sie raus sie betrüger betrüger ich dachte ich hätte das Geld und plötzlich ist das Geld weg und jetzt aufnehmen besser aufnehmen also nicht loswerden dem Geld Brocken sondern besser aufnehmen jetzt kämpfe um jeden Cent und wieder flach wach sind und zum Dickdarm hinzu kann es schon ziemlich eng werden wenn ich den Konflikt nicht löse und der Sinn ist wieder die aktive Phase wie immer besser aufnehmen können und in der Heilung wieder tuberkulöser Abbau Durchfall ist auch Morbus Crohn wenn nur der untere Dünndarm reagiert habe ich Durchfall wenn der untere und der obere reagiert gleichzeitig in der Heilung habe ich Brechdurchfall aber der Konflikt ist ziemlich ähnlich unvertaulicher Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns man nimmt mir die Butter vom Brot so in dem Sinne die Krise hat wieder kurz Verstopfung und wieder Durchfall und am Ende vernarbt und das Ganze ist wieder gut wenn ich damit wieder über China kann in die hängende Heilung kommen habe ich ebenfalls Morbus Crohn es war gerade ein Hammer Therapeut bei mir zu Gast und ruft der Mutter an Krankenschwester ihre zwei Söhne drei und fünf haben gleichzeitig Durchfall mit Blut im Stuhl und das schon seit Tagen und die Kinder dehydrieren bereits und der Therapeut hat sich dem Fall angenommen und stellt sich folgendes raus die beiden Kinder werden um die Mittagszeit für zwei Stunden zu Bett gelegt des Brauchens aber dafür sind die oft bis um 23 Uhr auf den Beinern und sie waren bei der Oma auf Besuch und bei Oma gibt es immer Geschenke immer also quasi der Brocken ist mir sicher und es war spät abends und die Oma etwas gereizt und hat den Fünfjährigen auf der Schoß und der Fünfjährige brustet der Oma ins Gesicht so und die Oma boah du Bengel und verklopft dem Fünfjährigen den Hintern der Fünfjährige brüllt der Dreijährige sieht den Fünfjährigen brüllen brüllt der Dreijährige die Mutter sieht die Oma verprügelt ihr die Kinder brüllt die Mama der Papa sieht die Kinder brüllen die Frau brüllt brüllt er auch man bricht den Besuch ab und es gab keine Geschenke den Brocken den ich dachte ich hätte ihn ist plötzlich Kinder und vier Wochen lang waren die Kinder nicht ins Bett zu bekommen um die Mittagszeit weil die waren sympathikator und die waren im Stress die waren konfliktaktiv und nach vier Wochen denkt sich die Mutter das mit der Oma muss bereinigt werden fahren wieder auf Besuch jetzt war die Oma die Alte und es gab Geschenke und beide Kinder gleichzeitig in die Heilung mit Durchfall also wie gesagt das vierte Gesetz erklärt ja das mit den Mikroben die Chirurgen die Mikroben habe immer es gibt keinen sterilen Raum arbeiten tun es nur auf meine Befehlen und nach diesem vierten Gesetz gibt es keine Ansteckung wenn die Mikrobe von sich aus nichts tut kann es keine Ansteckung geben ist logisch aber wir können sehr wohl zur selben Zeit und selben Konflikt erleiden ihn auch zur selben Zeit lösen dann haben wir dieselben Heilungsphasen Symptome das gibt es sehr wohl und bei so Epidemien muss man immer den gemeinsamen Nenner suchen das ist mein jüngerer Sohn unser Sohn ist als jünger Rekrut Anfang September zum Grundwehrdienst eingerückt eine Woche später liegt er im Lazarett er war krank geworden ein paar Tage später war alles wieder in Ordnung am Wochenende darf er heim und ich hole ihn ab am Nachhauseweg fragte ich was er denn genau gehabt habe erbrechen habe er müssen und Fieber habe er gehabt im 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 ersten im ersten und fragte was geärgert habe kurz vorher nein meinte er vielleicht doch am vorangegangenen Sonntagabend war er in der Kaserne angekommen und bis zum Dienstantritt waren noch ein paar Stunden Zeit er hatte Hunger und wollte mit seinen Kameraden zu einem nahegelegenen Wirten denn die Kasernenkantine war schon längst geschlossen richtig gefreut habe er sich auf dieses Essen gehen der Brocken den ich dachte ich habe ihn das kann auch natürlich der reale Nahrungsbrocken sein das kann das Spielzeug sein der Brocken und dieses Assoziieren das müssen wir verstehen lernen und da helfen diese Erfahrungsberichte ja was ist ein Brockenkonflikt also bei ihm war das jetzt das Essen gehen aber seine Kameraden hatten dazu überhaupt keine Lust und gingen früh ins Bett also blieb ihm nichts anderes übrig als sich ebenfalls hungrig und enttäuscht ins Bett zu legen alleine wollte er auch nicht ins Gasthaus gehen bereits in dieser Nacht auf Montag wurde ihm schlecht und er konnte kaum schlafen am Morgen beim Stehen im Freien bekam er plötzlich einen kalten Schweißausbruch das ist die Krise und musste sofort auf die Toilette sich übergeben und Durchfall habe er auch gehabt also der obere und der untere hat er reagiert jetzt war mir alles klar das war nicht der Magen sondern der obere und untere Dünndarm er kam ins Lazarett und lag den Tag über im Bett gegen Abend bekam er etwas Fieber am nächsten Morgen war er wieder fit unser Sohn hatte den Konflikt erlitten unverteuerlicher Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns ein vollständig geschildertes Sonderprogramm der Konflikt die Heilungsphase samt Krise die Konfliktlösung sagen wir bei diesen Erfahrungsberichten da lege ich natürlich darauf Wert den Konflikt genau dingfest zu machen und die Lösung was ist da die Lösung und wir müssen auch immer wenn der Patient auch in einer Heilung kommt wir müssen immer zum Konflikt auch die Lösung finden was war da die Lösung weil und die Schiene müssen wir dazu finden es muss alles einen Grund haben von nichts kommt nichts und die Konfliktlösung das kann ich jetzt natürlich nur vermuten aber es ist ihm ja schon des Nachts schlecht worden das heißt er ist damit er ist drüber hinweg gekommen er hat sich damit abgefunden als er im Bett lag also im ersten Schlaf ist er drüber hinweg gekommen und da hat die Heilung begonnen also ein komplett geschildertes Sonderprogramm und sagen wir wenn man den eigenen Kindern die das ja durchleben die Zusammenhänge erklären kann beim nächsten Mal kommen sie dann schon selber und fragen sie und beim übernächsten Mal dann wissen sie schon warum und beim übernächsten Mal dann sind sie schon selbstständig und wie gesagt glauben müssen sie da gar nichts sie können Erfahrungen sammeln diese Geschichte hat dann eine Vorgeschichte und zwar der Bub hatte Leberkrebs und das ist ein Verhungerungskonflikt und da macht die Leber in der aktiven Phase Zellvermehrung und mehr Enzyme um jedes Nahrungskrümmelchen optimal zu verwerten das ist der Sinn vom Leberkrebs und in der Heilung wird er tuberkulös abgebaut ist auch gelbe Gruppe und sein Verhungerungskonflikt ich kann ja auch für jemanden anderen an Verhungerungskonflikt erleiden an einen Selbstwertheinbruch erleiden an Trennungskonflikt erleiden also ich kann mich mit jemanden anderen identifizieren und mitleiden quasi sein Verhungerungskonflikt übrigens bei der Leber ist so Verhungerung um sich selbst macht viele Leberrundherde Verhungerung um jemanden anderen einen einzelnen also wir wissen vom Organ CD wir kennen den Patienten nicht wir sehen nur das Organ CD sehen einen einzelnen Leberrundherd wissen wir der hat Verhungerung um jemanden anderen erlitten und sein Verhungerungskonflikt war der Hund und zwar hat diese Familie einen Schäferhund da ist der Kommissar Rex ein Räutiger Dackel dagegen ein Prachttier und den hat man vergiftet und der Hund starb 14 Tage lang und der hat ihn immer gefressen und der Vater immer besorgt sagt er der Hund verhungert der Hund verhungert und der Bub hat das quasi mit identifiziert oder mit dem Hund mit Glitten und hat mit einem einzelnen Leberrundherd reagiert jedenfalls haben sie dann den Hund noch im eigenen Garten begraben und der Bub am Grab sagt Papa der Hund soll wieder kommen und die Eltern merken ups bei den Buben ist vielleicht ein Konflikt passiert und wie löst man so etwas ein neuer Hund ja das ist die beste Konfliktlösung ja wenn dem Mann die Frau wegläuft eine neue Frau und wenn man der geliebte Hund stirbt ein neuer Hund wenn man das Kind stirbt ein neues Kind biologisch denken lernen es hilft mir darüber hinweg und der Bub kam die Eltern besorgen einen neuen Hund und der Bub kam voll in die Heilung wurde krank und der neue Hund war quirlig und das war der Mutter zu viel und die hat den Hund wieder hergegeben und das war wieder ein Rezidiv für den Buben der war wieder konfliktaktiv es ging ihm scheinbar besser und dann haben die Eltern wieder einen Hund gekauft und der Bub wieder voll in die Heilung und der Bub hat mehrere Killer verloren der war so um die fünf Jahre alt oder vier Jahre vier Jahre war der oder noch jünger das war ja davor und die Familien der Eltern sind zu Kriegsrat zusammengetreten weil sie wussten die Eltern gehen nicht in die Schulmedizin und die wollten quasi das Kind per Zwang in die Schulmedizin und dann sagte der Vater jetzt reicht's jetzt rufe den Hammer an und schildert Dr. Hammer die Geschichte die Symptome vom Buben und Hammer fand den Konflikt mit dem Hund raus und sagte zur Mutter gib deinem Sohn nach zwei drei Tage ich verspreche dir der frisst dir die Haare vom Kopf und tatsächlich das hat nach zwei drei Tage dauert und dann hat der Bub wieder Gewicht zugenommen und jetzt waren die Eltern natürlich erpicht dass der Bub brav ist und das ist jetzt die zweite Geschichte und der Bub hat leidend welcher Kind nicht sitzt leidenschaftlich gern vom Fernseher und damit der Bub auch brav ist haben die Eltern ein Punktesystem eingeführt entsprechend brav essen kriegt er entsprechende Punkte und darf dann entsprechend lang fern sein und das war gerade das verkehrte in der Folge nimmt der Bub ein Gewicht ab und 20 mal am Tag fragt er ob er auch genügend gegessen habe und vielleicht noch ein Herzchen dazu bekommt also ein Pünktchen mehr schließlich bekommt der Bub Brechdurchfall zuerst der Brech und dann Brechdurchfall schließlich nur mehr Dünnpfiff also schiereines Wasser er verweigerte jede Nahrungsaufnahme und auch das Trinken mehrere Tage ging dieses Drama bis der Vater erkannte dass dieses Punktesystem die Ursache sei und schafft es wieder ab der Junge durfte ab sofort fernsehen ohne Essensstress und dann hat sich das bei dem Jungen auch wieder normalisiert die Geschichte ist schon zehn Jahre her der Bub der geht jetzt in die Haupt ich weiß gar nicht die zweite dritte Haupt und also man kann auch falsch therapieren und sagen wir die Königskunst in der Germanischen ist der weiße Ratschlag das ist die Königskunst ich muss schaffen dass beim Patienten im Hirn der Schalter umschaltet auf Konfliktlösung den Rest macht dann eh wieder die Natur aber das ist die Königskunst und das bedarf natürlich vom Therapeuten eine gewisse Erfahrung Empathie er muss warme Hände haben der Therapeut er darf nicht selber konstelliert sein stecken blieben in der Reife das darf alles nicht er müsste ein Alphatierchen sein der Therapeut und so viele gibt es nicht das ist so der klassische Morbus Kron die Vertreterin weiß der Kollege wildert in ihrem Gebiet was er von der Firma her gar nicht dürfte und schmälert ihr dadurch das Einkommen unvertaulicher Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns diese Frau hatte sieben Jahre lang Morbus Kron hört einen Einführungsvortrag versteht ihren Konflikt die Ursache für ihren Morbus Kron realisiert die Sache ist gegessen das was da damals passiert ist kann heute nicht mehr passieren und wird gesund durch einen Einführungsvortrag und der Konflikt war sie ging eine neue Partnerschaft ein verkaufte ihr Haus aber die Ex musste ausbezahlt werden und jetzt mussten sie an jeden Kreuzer umdrehen um die Ex auszubezahlen und so sukzessive floss der komplette Erlös aus ihrem Hausverkauf an die Ex und jedes Monat brachte sie das Geld für die Ex in die Bank und eines Tages steht die Ex in der Filiale mit Stöckelschuh und Nerz und das war der Konflikt unverteuerlicher Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns und bei dem Vortrag realisiert sie ihren Konflikt realisiert die Ex ist ausbezahlt die kriegt kein Kreuzer mehr und die letzte Heilung ging zu Ende und sie war gesund also es gibt dieses Phänomen dass die Schienen in der Luft hängen ja die Ursache ist eigentlich schon gegenstandslos nur hat man das noch nicht realisiert und da muss ich einmal zu dem Schockmoment hinfinden zu der Sekunde zu der Stecknadel im Heuhaufen ich kenne mich damals und ich käme heute damals musste ich bezahlen heute ist es erledigt dadurch erkenne ich den Unterschied und dann lösen sich die Schienen auf dann löst sich der Knopf im Hirn aber ich muss halt einmal hinfinden zum Konflikt der Konflikt ist Dreh und Angel Punkt in der germanischen das ist die Ursache alles rund herum ist nur Erklärung also die ich habe ja 50 Webinar themen das ist nur Erklärung die Ursache ist der Schock das ist Dreh und Angel Punkt das muss verstanden werden und deshalb lege ich so Wert auf die Grundlagen also was da rum kreucht und fleucht was sich Therapeut schimpft Hammer Therapeut und die Grundlagen nicht verstanden hat und die gehen auf Patienten los Wahnsinn Wahnsinn das ist echte Scharlatan Scharlatan ist ja der der vorgibt heilen zu können er es gar nicht kann dieser Patient hat seit seinem sechsten Lebensjahr eine Laktose Intoleranz und besucht einen Studienkreis und realisiert seinen Konflikt mit sechs Jahren da musste er auf Erholung in den Allgäu und dort wurde er zum Milchtrinken gezwungen und das kannte er überhaupt nicht und der Junge trat in den Hungerstreik unvertauerlicher Ärger man zwingt ihn zum Milchtrinken auch der Brocken Milch unvertauerlich und Aspekt des Verhungerns der hat das Essen verweigert und seit damals hat der diese Laktose Intoleranz da war dann die Milch die Schiene also Achtung die Schiene zeigt hin zu der Stecknadel im Haarhafen in den Schockmoment rein der war gerade am Milch verdauen und hat da den Ärger erlitten und am Studienkreis überlegt er heute ist er 49 heute kann niemand mehr zu irgendwas zwingen das was da damals passiert ist das kann heute nicht mehr passieren fährt nach Haus und sagt zu seiner Frau ich zeig dir was geht hin zum Kühlschrank nimmt ein Glas Milch und guggelt die Milch runter sagt die Ehefrau bist du verrückt was magst du sagt ich zeig dir noch was nimmt ein zweites Glas und guggelt die runter und dann sind sie noch in den Supermarkt hat er einen Kau runter gurgelt und nicht mehr reagiert weil es nicht mehr passieren kann und Achtung da sprechen wir von polyzyklisch also wenn ich Milch trinke Milch ist die Schiene jetzt komme ich auf die Schiene und jetzt beschäftigt sich mein Hirn mit der Milch und der Darm macht Seil Plus um den unvertaulichen Brocken abzutauen so quasi und wenn die Milch verdaut ist dann habe ich Kolik Durchfall bis die Konfliktmasse abgeräumt ist und da bin ich gesund bin ich absolut gesund obwohl es die Milch Schiene gibt aber ich bin gesund deshalb Schiene meiden das ist die todelsichere Variante meiden einfach meiden wenn ich Milch trinke zack habe ich wieder Rezidiv und wenn ich hier drauf komme dass das was die Ursache war heute nicht mehr passieren kann dann gibt es dieses Rezidiv nicht mehr also ich bin gesund und ich bleibe gesund und das war in dem Fall in dem Fall war das so der war gesund hat die Milch runter getrunken und hat nicht mehr reagiert weil sie die Schiene aufgelöst hat meine Eltern je älter sie wurden umso kindischer wie Hund und Katz miteinander ging es nicht aber ohne ging es auch nicht mein Vater hat sich im Alter zum Messi entwickelt der sammelte Computerschrott aber bis an die Decke hoch und der Messi der hat einen Verhungerungskonflikt erlitten der hatte einen Leberkrebs und baut vor damit das nicht mehr passieren kann baut der vor und sammelt alles mögliche meine Mutter hat einen Überforderungskonflikt erlitten mit Myokard beim Rechtsherz Myokard habe ich in der Krise Herz Klopfen und der Blutdruck ist hoch und beim Linksherz Myokard habe ich auch Herz Klopfen aber der Blutdruck sackt in den Keller und das ist gefährlich das linke Herz ist gefährlich die letzten zwei Jahre war sie wegen dem Herz ich glaube drei vier Mal im Jahr in der Klinik man hat ja auch einen Herz Schrittmacher einbaut ich auch nicht als Prophet aber da blühte es immer auf aber kam was ich wieder zu Hause ist wieder verfallen und dann wurde ihr Pflegegeld zugesprochen ich weiß nicht so 280 Euro im Monat und sagt mein 85 jähriger Vater zu meiner 80 jährigen Mutter aber von dem Geld sehe ich was der hat ihr quasi das Geld weggenommen und das war der unvertauliche Ärger mit Aspekt des Verhungerns und meine Mutter bekam Durchfall meine Frau hat mir das erzählt das ging schon wochenlang bei denen und dann kam ich wieder mal auf Besuch und ich habe meine Mutter noch nie so vertrocknet gesehen dann schrieb ich meinem Vater schriftlich quasi wenn du deiner Frau unserer Mutter helfen möchtest dann verzichtest du auf das Pflegegeld auf jeden Cent in Liebe nicht im Zorn ich verspreche dir ein paar Tage ist der Durchfall weg und da hat er sich tatsächlich dran gehalten und wirklich der Durchfall war weg aber fürs Herz hat es dann nicht mehr gereicht als die Mutter starb marschierte der Vater aber in kürzester Zeit in die absolute Demenz und das war wirklich nochmal schlimm und dann kam der Arzt der Hausarzt setzt die Spritze und am nächsten Tag war er tot es war kein Pflegeplatz zu bekommen die sind alle abgefüllt mit der Überalterung der Bevölkerung die sind alle bis aufs letzte Bett aus die machen gerade ihren riesen Reibach ja und es war kein Platz zu bekommen dann der Pflegedienst die die haben es maximal zwei Tage ausgehalten der 85-Jährige hat es an jeden angebaggert ja der der hat die die Pflegerinnen angebaggert und niemand hat es ausgehalten und dann kam halt der Arzt setzt die Spritze und am nächsten Tag war er tot das ist unsere Gesellschaft schlimm ich war mit meiner Frau in Rumänien Seminar halten und im Frühjahr das war in einem Hotel und das Essen war wirklich vom Feinsten und im Sommer ein Folgeseminar und die hatten da die Küchenbelegschaft ausgetauscht wir bekamen ein Militärfraß serviert ein Erbsenbrei mit einem zerhackten Huhn die Knochen haben rausgeschaut der Schnabel hat rausgeschaut du sitzt vor der vollen Schüssel und bringst das nicht runter und aber so ging es nicht nur uns so ging es den meisten Seminarteilnehmer und dann hat das Essen einmal gepasst und meine Frau und ich wir bekamen Durchfall wie gesagt mit vielen Seminarteilnehmer gleichzeitig dann hast du das Essen wieder einmal überhaupt nicht essen können dann wichen wir aus auf eine Pizzeria und bekommen so eine Schaumgummipizza serviert das war wirklich so zum Ziehen der Teig du hast wieder nicht essen können dann dachte ich na jetzt reicht es ich ernähre mich mit einem Bäcker mit Croissants und waren die versalzen aber nicht einen Tag die waren permanent nur versalzen also die 14 Tage in Rumänien essensmäßig war das eine einzige Katastrophe und meine Frau und ich beide Durchfall und dann zu Hause die normale Küche wieder und drei Tage später war der Durchfall rum und da würde man auch vielleicht sagen die sind nicht so hygienisch das hat überhaupt nichts mit der Hygiene zu tun das ist einfach das ungewohnte Essen und die Rumänen die essen auch gerne alles so eingelegt und mit sauren Gurken und Paprika und dann Ziegenkäse und Schafsfleisch und das ist alles irgendwie ungewohnt eine Pferdebesitzerin beschäftigt sich mit Hamer und schön langsam begreift sie die Koliken bei ihrem Pferd wegen der Äpfel also der Tierarzt hat die Äpfel verboten weil das Pferd immer anschließend mit Kolik reagiert und das ist nicht so ungefährlich und sie weiß dieses Pferd hat als junges Pferd sich wegen der Äpfel mit anderen Pferden regelrecht gebalgt also da hat es Kämpfe gegeben wegen der Äpfel das Pferd hat einfach zu wenig Äpfel gekriegt und jetzt war der Apfel quasi die Schiene und jetzt hat immer der Apfel quasi das Pferd erinnert zu wenig ihr habt zu wenig Äpfel und dann hat die Pferdebesitzerin das Pferd mit Äpfel abgefüllt das Pferd konnte Äpfel fressen was sie wollte und die Koliken waren weg und komplett der gleiche Fall eine Seminarteilnehmerin erzählt als Kind durfte sie nicht zum McDonald weil sie anschließend immer mit Koliken reagierte also jetzt kann man sie den Konflikt schon zusammen reimen der Konflikt muss geheißen haben sie wollte zum McDonald und durfte nicht da hätte man das Kind quasi auch abfüllen müssen mit McDonald was natürlich schon zweischneidig ist weil das ist als Plastikfleisch also so gesund ist das nicht und so bekömmlich ist es nicht aber es geht ja um den Konflikt und damit man da rauskommt und das ist ja auch für mich als Techniker sehr überzeugend dass eben diese fünf Naturgesetze nicht nur für uns Menschen gelten sondern genauso fürs Tier das Tier hat ja genauso Augen Mund und Ohren und Herz und Darm und Lunge wie wir Menschen wieso sollte die Natur da andere Software geschrieben haben als für uns die Software ist im Prinzip ähnlich man hat natürlich andere Schwerpunkte aber so hat natürlich auch andere Kultur typischerweise andere Krebsverteilung und haben Kinder typischerweise andere Konflikte als der Pubertierende als der Erwachsene aber dennoch hat der Morbus Krohn jetzt egal ob das Kind oder Erwachsene oder Kreis ist ob das ein Mensch oder Tier ist ist das der unverteidliche Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns über China das ist der gemeinsame Nenner und wir brauchen keine Statistik Statistik ist ja nur für die Schulmedizin und Statistik hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun also die Statistik kann man wissenschaftlich betreiben aber ich kann ich kann nicht sagen die Schulmediziner die Schulmedizin ist wissenschaftlich weil es die Statistik bedient wegen den ist sie nicht im Gegenteil das ist alles nur nicht Wissen ich kann mit einer Statistik keine Wissenschaft betreiben so der Blinddarm also der erste Abschnitt vom Dickdarm plus der Wurmfortsatz beide haben den selben Konfliktinhalt der hässliche unvertauliche Ärger also das Kind muss mit anschauen wie der Vater die Mutter verprügelt und in der aktiven Phase Achtung da kann es jetzt schon Blumenkohl artig werden Blumenkohl oder flachwachsend Blumenkohl das ist jetzt abdauern und flachwachsend heißt aufnehmen und es ist natürlich ein riesen Unterschied ob ich den Konflikt zwei Tage lang habe und zwei Tage Heilung oder ob ich den Konflikt zwei Wochen habe und zwei Wochen Heilung oder zwei Monate und zwei Monate das ist ein riesen Unterschied und wenn das Blumenkohl artig ist und wenn da Konfliktmasse dahinter ist kann natürlich die Heilung heftig verlaufen und unter Umständen kann das dann auch platzen also die Blinddarmentzündung ist die Heilung Entzündung ist immer Heilung egal wie die Entzündung heißt Augen Bindehaut Entzündung ist auch eine Heilung und aber Achtung keine Blinddarmentzündung ohne vorangegangenes Karzinom und vor 40 Jahren hat man den Wurmfortsatz rausgeschnitten und im Mülleimer geschmissen und heute schickt man den in die Pathologie und wenn die dort ein Krebszellchen finden dann haben sie nicht die Diagnose Blinddarmentzündung sondern Blinddarmentrebs bei ihrem Kind und mit der Krebsdiagnose sind sie ihr Kind los das gehört der Pharma und die dürfen mit ihrem Kind machen was sie wollen und sie sind dazu verurteilt zuzuschauen bei den medizinischen Experimenten weil sie wissen ja keine Ursachen also machen die medizinische Experimente mit Chemo die Chemo stammt vom Giftgas ab also medizinische Experimente mit Giftgas und für ihr Kind Pflicht und wenn sie sich blöd spielen sind sie im Knast oder in der Psychiatrie also und das haben wir durchlebt damals mit der Olivia und das durchleben die Eltern bis heute durch und niemand ändert es und die Krise ist wieder eher unauffällig und am Ende der Heilung ist das Ganze wieder vernarrt und Hamer meint selbst wenn der platzen sollte es ist nicht so dass der Kot oder der Eiter jetzt irgendwo im Bauch rumschwirrt sondern wir haben das Epiplon das Netz das liegt da drüber und hält den Eiter und den Kot lokal vor Ort und irgendwann vernarrt der Blinddarm und der Körper resorbiert diesen Eiter und diesen Kot und also Hamer meint weil das eben so häufig passiert in der Natur glaubt er nicht dass es zwangsläufig mit dem Tod einhergehen muss und ich kenne da einen Chirurgen der hat mir erklärt er selber hat schon so viele Blinddarme gesehen die sowas verbeult waren da muss dieses Programm schon mehrfach abgelaufen sein ohne dass man da eingegriffen hat und er hat mir auch erklärt eine Blinddarm Diagnose das ist alles andere als einfach also oft wird ein echter Blinddarm übersehen und dann verlauft er halt biologisch beziehungsweise wird fälschlicherweise ein gesunder Blinddarm rausgeschnitten einen kenne ich da aus Afrika da seine Familie lebt schon seit 100 Jahren in Afrika und er hat mir erzählt die Afrikaner also die Eingeborenen wenn die Blinddarm haben die binden sich das rechte Bein ganz fest an den Körper und bleiben in der Position so lange bis die Schmerzen aufhören und sagen wir an und füße sich eine Blinddarm Operation ist ja eine Routine Geschichte und wenn ich da beim Kind sehe die Konfliktmasse ist ja nur zwei Tage dann hat das Kind halt zwei Tage einmal zwicken da passiert nichts wenn da aber wochenlang Konfliktmasse dahinter ist dann kann man sich überlegen ob man vielleicht doch was tut weil das sind schon Schmerzen das Damokless Schwert ist halt die können ihrem Kind jederzeit eine Krebsdiagnose stellen während würde es mich selber treffen mich als Helmut Pilha ich weiß wenn ich in eine schulmedizinische Klinik komme da komme ich nicht mehr Leben draus also die machen bei mir Organentnahme ohne Narkose also ich würde mir das Bein anbinden mit Sicherheit in die Klinik bringen mich keine zehn Rösser also das ehrlich gesagt ich hätte nicht den Mut mich in eine Schulmedizin zu legen ich bewundere die Leute die da blindlings in die Schulmedizin laufen ich weiß da zu viel ja das das war ich hatte ich habe noch meinen Blinddarm aber ich hatte meinen Blinddarm zwicken und zwar da war ein Gast und wir waren im Auto unterwegs und meine Frau nützte die Situation und hat es mir einmal so richtig gesagt reingewürgt und ich habe mich nicht wehren können und am Abend dann im Bett habe ich erklärt das möchte ich jetzt so nicht wieder haben und da hat es dann bei mir das war die Lösung und da habe ich mich quasi ausgekotzt und dann hatte ich die Nacht über Blinddarm zwicken und sagen wir wie lösen wir eigentlich unsere Konflikte also jede Grippe ist ja nichts anderes als eine Heilungsphase und ich bin mir ziemlich sicher jeder von uns hatte schon mal eine Grippe was heißt denn das das heißt ja nichts anderes dass sie ihre Konflikte erlitten und gelöst haben ja wie haben sie das gemacht sie hören jetzt ist erst einmal vor hammer instinktiv intuitiv ja wir haben ja zwangsdenken unser Hirn sucht nach eine Lösung und das hat mich so gewohnt bis ich sie im Bett hatte und dann habe ich erklärt so nicht und das war da hat mich ausgekotzt und da bin ich drüben weg gekommen und das war dann die Lösung dieser ehemalige Studienkreisleiter so um die 50 die Ehefrau auch um die 50 und die Frau kommt ja so mit 50 in den Wechsel und wird männlich und es sinkt die Liebe da und er möchte und sie winkt ab und hat er sich beholfen mit Porno Heften und dann hat die Ehefrau sein Büro zusammengereumt und entdeckt die versteckten Porno Hefte und legt demonstrativ auf den Schreibtisch verliert kein Wort und das war sein hässlicher Ärger sie sieht ihn quasi leiden und tut nichts das war sein Konflikt dann hat sie ihn einmal erhört und dann bekam der heftig Blinddarmschmerzen und als Studienkreisleiter er hatte auch Ärzte zur Seite und die haben ihm alle geraten er soll sich doch operieren lassen aber er zog es durch als neue Mediziner zog er es durch wochenlang Schmerzen und dann war es gut ohne Operation und ich weiß nicht ein halbes Jahr später bekam er Rezidiv und der war schnurstracks in der Klinik das zweite Mal wollte er diese Martha nicht durchleiden müssen dann hat er sich operieren lassen eine Mutter berichtet unser Sohn hatte eine Blinddarmreizung es begann am Montag Abend mit leichten Bauchschmerzen die mein Mann und ich da er keine genauen Angaben machte auf Verdauungsprobleme schoben am Dienstag war er noch im Kindergarten hatte aber mittags wieder leichte Bauchschmerzen abends wurde es schlimmer und am Mittwoch konnte er nicht mehr in den Kindergarten gehen die Schmerzen waren gegen Mittag ganz klar im Unterbauch und ein Telefonat mit unserer Ärztin ergab vermutlich eine Blinddarmreizung die Ärztin kam am Nachmittag vorbei bestätigte die Reizung verabreicht ein homeopathisches Mittel und bat falls es schlimmer würde dass wir uns nochmals melden es kam auch schlimmer am Mittwochabend gegen 20 Uhr krümmte sich mein Sohn vor Schmerzen wir fuhren zur Ärztin die das Haus an diesem Abend aus privaten Gründen nicht verlassen konnte in ihrer Praxis hing die Tabelle der germanischen Heilkunde ich wusste dass sie diese besaß wäre aber ohne den Anblick nicht darauf gekommen in der Tabelle nach dem Konflikt zu suchen ich fragte die Ärztin was es denn nach Hamer sei sie las in der Tabelle nach sah mich etwas unsicher an und meinte höflich zurückhaltend naja die Ursache bei einem Kind ist ein Streit den die Eltern hatten und den das Kind mitbekommen hatte und das würde ihm zu schaffen machen sagt ihnen das was sie war sehr vorsichtig denn wer will schon im Privatleben vom Patienten schnüffeln aber ja sie hatte recht mein Mann und ich hatten uns am Samstagabend vorher über ein paar immer wiederkehrende grundsätzliche dinge 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 gestritten bei denen wirken wirken ich fuhr mit unserem Sohn nach Hause wir legten ihn ins Bett redeten mit ihm und erklärten ihm dass er mit seinen Freunden auch nicht immer gut auskäme aber dass er sie trotzdem gern hätte und immer wieder mit ihnen spielte so wäre es bei uns auch wir als seine Eltern sind nicht immer einer Meinung aber die meiste Zeit sind wir uns schon einig und wir haben uns lieb und wir sind immer eine Familie unser Sohn sah uns verständnislos an nickte schmerz geprüft und schlief fast sofort ein mittlerweile war es 21 Uhr um 23 30 haben wir ihn komplett umgezogen weil er ganz nass geschwitzt war das ist übrigens typisch für eine tuberkulöse heilung der nachtschweiß und er ist nicht aufgewacht dabei auch keine schmerz zucken am nächsten morgen war er müde erschöpft und er hatte einen ich habe meinen bauch vor den schmerzen schützen müssen muskelkater an der bauchdecke aber seine blinddarm reizung war komplett vorbei das ist so alltags geschichten aber sowas macht dann sicherer sicherer und dann kann man auch vorhersagen treffen noch mal ganz kurz bitte zu der laktose intoleranz ja wie gesagt da ist die Schiene Milch aber ich kann genauso auch allergisch auf den Streit der Eltern reagieren oder allergisch auf Nachbarn oder auf Alkohol oder auf dem Arbeitsplatz oder aufs Autofahren die Schiene sind die Sinneseindrücke aber vom Organsymptom wissen wir wonach wir suchen müssen ich kann ja chronisch mit Epilepsie reagieren der hat einen motorischen Konflikt erlitten ich kann chronisch mit Neurodermitis reagieren der hat einen Trennungskonflikt erlitten wenn der aber chronisch Morbus Crohn hat das ist ein Ärger Konflikt vom Organsymptom wissen wir wonach wir suchen müssen ist der Konflikt Zwang nein nichts nichts Zwang sondern sie wurden am falschen Fuß erwischt sie haben damit nicht gerechnet das ist der Konflikt ein Schock das kann jetzt ich schütte ihnen das Glas Wasser in die Schoß da sind die drei Kriterien erfüllt aber das lösen es gleich wieder bis drauf kommen das ist ja nur Wasser und dann können sie darüber lachen das haben es gleich wieder gelöst aber der hässliche Streit der Eltern das löst das Kind nicht so einfach erst wenn sie sich versöhnen ein paar Tage später dann fällt dem Kind der Stein von der Seele dann kann ja alles sein naja alles ist nix sondern es ist genau das und nix anderes und das muss man rausfinden den Schock Moment muss man rausfinden das hat auch nix mit ständigem Stress zu tun so wie es die Psychosomatik meint der ständige Stress muss mich nicht krank machen ich lebe davon und es macht mir Spaß ich bin im Stress ich habe zu tun wegen dem muss ich krank werden aber wenn ich das Telefonat kriege mein Kind ist verunglückt das ist die Ursache jetzt läuft ein Sonderprogramm bei mir die Grundlagen danke für die Fragen also sie sehen es ist es ist Grundlagen die Grundlagen ist es ist alle wichtig ich muss einmal wissen was ist überhaupt ein Konflikt was ist eine Ursache das muss ich einmal begreifen es ist eine Angelegenheit von Schock egal wie das Programm heißt und das was ich assoziere Ärger Selbstwert Trennung bestimmt das Programm und deshalb wissen wir die Organebene auszudeutschen eine Mutter schreibt da über ihre Tochter mir ist die germanische Heilkunde seit einigen Jahren bekannt genauso lange gibt es auch Streit zwischen mir und meinem zukünftigen Ex diese Meinungsverschiedenheiten bzw. seine Ignoranz der Entdeckung Dr. Hamers gegenüber sind auch meiner Tochter nicht verborgen geblieben es kam also zu völlig verschiedenen Lebensüberzeugungen zwischen uns welche eine Trennung unvermeidlich werden ließ übrigens das doch keine viele Fälle ich kenne aber auch Fälle wo die durch die germanische zusammen gefunden haben meine Tochter reagierte nun dementsprechend nach drei Jahren des Zustandes der Ausnahmesituation mit einer wochenlangen Blinddarmschmerzreaktion nachdem ich ihr mitteilte dass wir uns ohne ihren Vater etwas Neues zum Wohnen suchen werden als ich sie darauf ansprach ob sie sich Sorgen mache wenn wir uns streiten war es glaube ich wie eine Erlösung für sie in der gleichen Nacht bekam sie bedenklich hohes Fieber und ich danke Gott dass er wusste wann es reicht von ihren Bauch aus begann ihr ganzer kleiner Körper an zu glühen ich denke sie halluzionierte auch schon um drei Uhr in der Nacht fing ich an sie leicht runter zu kühlen zuerst legte ich ihr wie schon zuvor auf ihren Kopf nun meine Hände auf ihren Bauch und deckte ihre Zudecke ab etwas später holte ich nach und nach verschiedene Nahrungsmittel die ich verpackt in ein Tuch eingewickelt ihr auf den Bauch legte langsam ging die Temperatur runter und ich spürte dass sie über den berühmten Berg ist ohne dieses Gottvertrauen und das Wissen Dr. Hamers spekuliere ich an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde sie noch in der Nacht aus Angst eines Blinddarm Durchbruchs von den Systemärzten operiert worden Als sie am nächsten Tag aufwachte war sie fideler als die Wochen zuvor und ging mit sichtlich guter Laune in die Schule Der menschliche Körper ist so erstaunlich wenn man sich die Zeit nimmt und den Mut hat ihm zu vertrauen Aber wem könnte man denn sonst vertrauen Da hat sie auch recht Wem soll ich vertrauen wenn nicht mir selbst Und sagen wir hier das ist ein schönes Beispiel wie löst man einen Konflikt Wie hat das Kind den Konflikt gelöst durchs Aussprechen Die Mutter hat sie auf ihr Problem angesprochen Die Eltern sind sie in die Haare geraten und chronisch hatte das Kind Schmerzen Also kam in eine hängende Heilung weil sie die Eltern immer wieder zankten Und das Aussprechen mit der Mutter da ist sie dann drüber hin weg gekommen und dann war die Welt in Ordnung für sie Und sagen wir ein Patient wenn man ihn anspricht auf seinen aktiven Konflikt sagen die oft Darüber habe ich mit niemandem noch gesprochen Und das ist auch die Kunst des Therapeuten Er muss mit dem Patient ins Beicht Kämmerlein gehen können Er muss dem Patient quasi die Beichte abnehmen können Der Patient muss sich ihm ausschütten können gegenüber Und Hamer war ja auch Pastor Hamer war Magister der Theologie Und da kann ich mich auskotzen und dann komme leichter drüber hinweg als wenn ich das nur in mir hineinfress Eine pensionierte Ärztin erzählte folgende Geschichte Als junges Mädchen wurde sie wegen Blinddarm Durchbruch ins Spital eingeliefert und sofort operiert Einen Tag später wurde ihre Stiefschwester ebenfalls mit Blinddarm Durchbruch eingeliefert und sofort operiert Damals rätselte man ob das vielleicht ansteckend sei Heute versteht die Ärztin den Grund dieses scheinbaren Zufalls Ihre Eltern führten eine Patchwork Family und die beiden Stiefschwestern gerieten sich chronisch in die Haare Eines Tages war wieder einmal ein fürchterlicher Streit zwischen ihnen entbrannt und entfachte zwischen den Eltern ebenfalls eine heftige Auseinandersetzung mit hässlichen Szene Das war für beide Stiefschwestern der gemeinsame Konflikt für den Blinddarm Also wie gesagt immer so den gemeinsamen Nenner suchen Blinddarm Krebs Der ist heute Studienkreisleiter und das Ganze spielt 2001 und sein Konflikt war er arbeitete bei der und beobachtete wie ein Mitarbeiter Überstunden schrieb die er gar nicht belegt hat und quasi die Firma betrog und dieser Mitarbeiter wurde sein Vorgesetzter Ich muss noch dazu sagen er der Patient war Betriebsrat und jetzt wollte ihn der betrügende Vorgesetzte erklären wie der Hase zu laufen habe und es wollte sich der Betriebsrat nicht gefallen lassen und geht in die Chefetage um sich zu beschweren und die Chefetage war aber vor dem Problem dass die Filiale geschlossen werden könnte und wenn das jetzt aufliegt dass der Mitarbeiter betrügt das wäre unter Umständen wirklich die Auflösung gewesen dieser Filiale und die Chefetage drehte den Spieß um und beschuldigte den Betriebsrat er würde seinen nunmehrigen Vorgesetzten anschwärzen wollen ihn schlechtreden wollen und das war der hässliche Ärger für den Patienten für den Betriebsrat und das ging zur Kündigung bis zur Kündigung er hat kündigt und das war eine Teillösung deshalb weil alle die ihn kannten fragten ihn ja bist du verrückt du hast da so eine super Stelle aufgegeben bei der und da ist er immer explodiert und er kam so chronisch in eine hängende Heilung und hatte einmal mehr einmal weniger Blinddarmschmerzen bis er sich in die Klinik legte und da hat man ihm den Blinddarm rausgeschnitten und drei Tage später hatte er die Diagnose Blinddarm Krebs und man hat ihm 40 Zentimeter vom Dickdarm rausgeschnitten und dann war er in der Chemotherapie hat das Ganze überstanden und ein paar Jahre später so zwei drei Jahre später war er in Spanien auf einem Hamer Seminar und da gibt es Patienten Videos wo Hamer mit dem Patient seinen Fall auftröselt und ich stand da gelegentlich hinter der Kamera und da filmte ich die Geschichte und da erzählt er seine Geschichte und geht wieder zurück ins Publikum zu seiner Schwägerin setzt sich und die Schwägerin sagt du bist ja ganz schön mutig sagt der Patient warum bin ich mutig sagt sie ja dass du die Firma beim Namen nennst sagt der Patient es ist mir regelrecht runtergeflossen endlich habe ich mich ausgekonzt vor der Kamera und das war seine Lösung und jetzt genau habe ich vergessen zu sagen er hat sich ja chemotherapisieren lassen hatte aber chronisch durchfallen auch zwei drei Jahre später noch beim Hammer Seminar seit damals das heißt er hatte den Konflikt nicht definitiv gelöst aber als ihn die Schwägerin darauf ansprach du hast die beim Namen genannt sagte er es ist mir regelrecht runtergeflossen endlich habe ich mich ausgehotzt und jetzt war er gesund jetzt war er gesund sich auskotzen können das ist was ganz wichtig ins Beicht Kämmerlein gehen können nicht beim Pfaffen weil die Kirche ist ja wieder eigenes Thema dann hatte er Stelle bei irgendeiner Versicherung beobachtet wie ein Mitarbeiter Überstunden schreibt die er gar nicht belegt hat und der Mitarbeiter wird sein Vorgesetzter also Wiederholung der Geschichte eins zu eins der hat am selben Tag gekündigt und hatte 14 Tage lang Durchfall da ist er wieder voll auf die Schiene gekommen also manches mal schreibt das Leben Geschichten die kannst dir gar nicht ausdenken und der ist heute Studienkreisleiter so dann der Dickdarm ist wieder Blinddarm der hässliche Ärger jetzt kann das schon blumenkohl artig werden wenn es darum geht ich kriege das nicht weg oder flach wachsend wenn es darum geht ich kann es nicht aufnehmen und ich habe Verstopfung in der aktiven Phase in der Heilungsphase habe ich wieder Durchfall Tuberkulöse Abbau Nachtschweiß Blut im Stuhl Darmschleimhaut Fetzen Tumor Brocken hängt natürlich riesig von der Konfliktmasse ab habe ich das eine Woche am Laufen habe ich das drei Monate am Laufen und am Ende der Heilung ist das Ganze wieder gut also Dickdarm Krebs wenn es größer größer wird der Konflikt ist aktiv und da muss ich lösen ich muss das lösen oder unter das Messer aber dann muss ich trotzdem lösen weil irgendwann dann kommt es wieder Blähungen das ist auch konfliktaktiv und zwar mundwärts von dort wo der Brocken steckt oder assoziiert wird kommt es jetzt zur Gasbildung um den Brocken quasi vor sich her zu schieben Blähung ist konfliktaktiv ist Furzen ist dann die Heilung die blöde ist die hängende Heilung und wenn ich damit in eine hängende Heilung komme dann habe ich Colitis Colitis ulcerosa permanente Entzündung eine Lehrerin nahm seit zwei Jahren die Funktion eines Co-Rektors an der Schule ein als es nun zur Neuwahl des Co-Rektors kam war sie sich dieser Stelle sicher für sie völlig unerwartet wurde es aber der männliche Mitbewerber sie wusste auch sofort dass sie diese Abfuhr zwei Kolleginnen zu verdanken hatte die über sie schlecht sprechen innerhalb der Lehrerbelegschaft also sie erfährt der Mitbewerber wurde es und wusste sofort das ist weil die Rufmord machen und da haben sie wieder den Schockmoment hoch akut isolativ am falschen Fuß die Angelegenheit war ein Moment das ist die Ursache und das war für sie der hässliche unverteuerliche Ärger seit damals seit zehn Jahren hat sie Colitis geht sie in die Schulferien wird die Colitis besser und besser und am Ende der Ferien ist die Colitis fast weg da meidet sie die Schiene beginnt die Schule beginnt bei ihr auch wieder die Colitis wenn ich die Schiene nicht meiden kann habe ihr Rezidiv ob ich die Zusammenhänge verstanden habe oder nicht ist irrelevant sie ist Alleinverdienerin ihr Mann ist Hausmann und hat kein Einkommen sie weiß um diese Zusammenhänge kann aber die Schiene nicht meiden und damit auch nicht die Rezidive obwohl ich weiß meinen Konflikt obwohl ich die Schiene weiß reagiere ich trotzdem mit Rezidiv dieser 30 jährige befasste sich zwei Jahre mit Hannah und wusste dann schon halt und halt Bescheid und sein Konflikt war in der Firma und zwar musste er von der Firma aus Telefon Kunden keilen er musste ihnen Verträge zu ihrem Nachteil aufschwatzen und das lag ihm nicht wirklich und der Sorgkunde sagte zu ihm und dich verklag ich privat und das war sein Konflikt hoch akut ist relativ am falschen Fuß und der Inhalt man wird unberechtigter weise was bezichtigt ja das geht ja nicht von ihm aus das geht ja von der Firmenleitung aus und jetzt wird er privat belangt und jetzt wurde für ihn die am Abend zu Haus oder am Wochenende kam er in die Heilung in der Firma war der Konflikt aktiv und jetzt kam er eben in die hängende Heilung und bekam Colitis er sagte die die Klommuschel war voller Blut und dann war er bei einer Darmspiegelung und er hat 15 Kilo abgenommen er sagte es hat zwar gut ausgeschaut aber er wusste er ist nicht gesund und bei dieser Darmspiegelung sagt er es gibt auf wikipedia ein Foto von einer Colitis schaut schlimm aus aber was er da am Bildschirm vom eigenen Darm sah also das war um ein Eck schlimmer und bei dieser Darmspiegelung fasste er den Entschluss ich kündige die Firma bringt mich um und das war die Lösung und er wurde gesund hat wieder seine 15 Kilo angefuttert und ist gesund der hat schulmedizinisch nichts gemacht er hat sich die Diagnose geholt aber therapeutisch schulmedizinisch hat der null gemacht und wurde gesund der hat seinen kompletten Dick Darm der hat keine Nebenwirkungen der ist gesund die Therapie kostet nichts gut man muss das Leben ändern und da sind auch viele nicht dazu bereit beziehungsweise erkennen sie die Zusammenhänge nicht die es gibt ja tausend Therapierichtungen der eine schwört nein du musst die Ernährung ändern der andere sagt nein du musst mehr in die Kirche gehen beten und der Hammer sagt ich soll den Job wechseln aber er wusste im Vorfeld um die Zusammenhänge Konflikt er wird angeklagt und war seither chronisch krank er wusste seit das passiert ist habe ich dieses Symptom und er wusste auch was zu tun ist ich muss da raus und das war die Lösung zwischen mir und meiner Gesundheit steht weder Arzt noch Medikament es gibt kein Mittel gegen Morbus Crohn oder Kolitis heilen kann ich nur mich selber und da sehen sie auch wie wichtig es ist dass der Patient es kapiert die germanische ist keine Medizin zum schlucken sondern ist eine Köpfchen Medizin in der Schulmedizin werden sie behandelt in der germanischen müssen sie handeln aber das ist doch befreiend wir sind so erzogen die Verantwortung abzugeben wir haben überall Einrichtungen Behörden die nehmen uns die Verantwortung ab und das ist alles Lug und Druck sie sind für ihre Schritte selbst verantwortlich und niemand sonst das ist der Patient der hatte Kolitis und dann Dickdarmkrebs und dann hat man ihm den Dickdarm rausgeschnitten den Dünndarm an einen Mastdarm und der läuft jetzt 20 Mal am Tag auf die Toilette und das sein Leben lang und dann hat er erzählt er ging zu seinem Onkologen und bedankte sich bei ihm dass er ihn nicht zur Chemo gezwungen hat und spricht den Onkologen auf Hammer hin an sagt der Onkologe wir wissen wir dürfen nicht und das ist die Charité in Berlin und die bekommen von oben von der Ärztekammer ein Order und alle halten sich dran weil es ihnen befohlen wird dem Patient der Patient ist dem Arzt egal er schaut nur dass er seinen Posten behält was sind das für Ärzte sind das echt unsere Ärzte oder sind das fremde Ärzte was sagen sie zu Alternativmedizin also Hammer nennen sie Alternativmedizin ich meine dass man die Beschwerden etwas reduziert oder erträglicher macht und nach den Konflikt sucht zu Naturgesetzen gibt es keine Alternativen ich muss auf Naturgesetze aufbauen um therapeutisch erfolgreich sein zu können und vor 100 Patienten kommen ja 90 in einer Heilung und da haben sie schon im Konflikt gelöst und jetzt ist ja nur Frage der Zeit bis gesund sind und der eine läuft zum Schulmediziner kriegt Antibiotika der andere zum Homeopath kriegt der Globuli der dritte stellt die Ernährung um und irgendwann sind gesund und dann heften sie sich das auf ihre Fahnen das Globuli hat mich gesund gemacht die Ernährung hat mich gesund gemacht in Wirklichkeit heilen kann sie nur der Körper selber ich möchte nicht irgendwie jetzt Wirkung absprechen es gibt zwei Wirkprinzipien egal ob man das jetzt Medikament nennt oder nicht nämlich vagoton wirkende Substanzen und Sympathikoton wirkende Kaffee wirkt Sympathikoton und wenn ich in einer vagotonen Heilung bin und Kaffee trinke kann ich die Heilungsphase steuern ich kann mir helfen damit also natürlich hat der Kaffee eine Wirkung hat der Tee eine Wirkung hat natürlich auch das Cortison eine Wirkung das Antibiotika eine Wirkung das Globuli hat keine Wirkung aber das Globuli das ist so ich habe was zum Anhalten und mir geht es am nächsten Tag schlechter 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 und das nennt der Homöopath Erstverschlimmerung und der Patient hat Vertrauen der Arzt hat ihm gesagt wir haben das richtige Globuli die Erstverschlimmerung das passt das gehört dazu und er hält das aus und irgendwann ist er gesund dank Globuli aber das ist alles nur Aberglaube das ist das ist ja auch der Placebo Effekt der Patient hat den Konflikt gelöst und jetzt dauert die Heilung was er ist eine Woche ob der jetzt Antibiotika schluckt oder Globuli schluckt nach einer Woche ist er gesund und dann sagt man zum Globuli Placebo Effekt er schluckt jetzt das Antibiotika war es das Antibiotika aber schluckt er das Globuli sagt man der Placebo Effekt nix Placebo gar nix auch nicht das Globuli auch nicht das Antibiotika sondern es hat einfach eine Woche das können wir schon im Vorfeld sagen dass der Woche Heilungsphasen Symptome haben wird und dann gesund ist und ob der jetzt das Globuli A oder B oder Bachblüte A B oder Karottensaft trinkt das ist kauft wie gesprungen das Wichtigste ist halt dass sie ursächlich vorgehen das ist das Wichtigste das Problem ausräumen und dass sie halt keine Angst haben keine Folgekonflikte haben naja sagen wir wenn sie das Symptom also was kriegt typischerweise der Patient mit Colitis kriegt der Cortison und ja und das Problem ist es verfälscht das Symptom Bild und ja jetzt bin ich in einer Heilungsphase und merke es gar nicht und wenn ich aber das Bild nicht verfälsche dann komme ich mir leichter selber auf die Schienen auf die Spur also das ist bei dieser symptomatischen Behandlung ja sagen wir genauso mit Schmerzmitteln also sagen wir ich habe ja auch Schmerzen deshalb damit ich mich schone und wenn ich aber jetzt die Schmerzen weg puste ja dann schone ich mich nicht und das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll und vor das Bild wird verfälscht und da komme ich nie auf einen grünen Zweig ja ich meine es ist alles an und für sich gestattet was dem Patient irgendwie eine Erleichterung bringt aber wenn er wie gesagt die Ursache nicht löst bleibt er chronisch krank und braucht chronisch irgendwelche symptomatischen Substanzen und da freut sich natürlich jetzt der Schulmediziner oder der Heilpraktiker das ist ein dankbarer Kunde aber wir gehen primär auf die Ursache los wir geben so lange keine Ruhe bis wir wissen was der Konflikt ist und dann erst können wir unsere Strategie überlegen wie komme ich da raus und dann hat er noch einmal die Heilungsphase aber dann ist er wirklich gesund dann braucht er gar nichts mehr das ist unser Konzept wobei ich dazu sagen muss dass ich ja gar kein Therapeut bin also sagen wir dem Patienten jetzt dem Patienten wie sie richtig sagen der hat Schmerzen und der möchte es einfach weg haben jetzt ihm da diese ganzen Zusammenhänge zu erklären das ist ja gar nicht so einfach so einfach geht das nicht also machen wir vielleicht ein krasses Beispiel sie haben Brustkrebs weil der Partner fremd geht ja so und jetzt jetzt nehme ich irgendeine Globuli oder irgendeine Substanz und sage ihnen mit dem Globuli oder mit der Substanz haben sie das Problem nicht mehr das kann es nicht geben es kann keine Substanz geben die mir so einen Konflikt löst das kann es nicht geben naja also noch einmal es gibt zwei Wirkmechanismen von Substanzen egal Medikament oder wie auch immer man das nennt und wenn ich den Patient jetzt in der Heilungsphase ist und ich gebe ihm Sympathikoton wirkende Substanzen Kaffee oder Kortison dann steuere ich natürlich diesen Verlauf der Kurve also ich ziehe ihm zum Beispiel die Kurve verlauft flacher dauert aber länger und natürlich hat der Kaffee hat der Tee diese Wirkung aber sagen wir das kann man auch durchaus einsetzen um so eine Heilungsphase erträglich zu machen nur warum es mir geht ist dass der Patient versteht wenn ich wieder auf die Schiene komme fängt es wieder von vorne an und dann stehe ich wieder vor dem Problem soll ich jetzt was nehmen oder soll ich nichts nehmen und wir legen halt den Schwerpunkt auf die Ursache nicht auf Symptom oder auch nicht auf eine symptomatische Therapie was durchaus auch manches mal sein kann einfach nur damit der durchdrückt und nicht verzweifelt aber wir legen halt das Haupt Augenmerk auf die Ursache und dass das definitiv gelöst bleibt dann hat er die Schmerzen und dann ist gut dann ist und das Problem für Einsteiger ich habe ja viel mit Heilpraktika zu tun die haben die germanischen noch nicht wirklich verstanden und sie kommen ja auch aus ihren alten Gleisen nicht raus so wie der Schulmediziner und jetzt greifen die immer zu dem Altbewährten zurück zu die Globulise und zu Nahrung und so weiter und das ist halbe Sache ja deshalb wie gesagt ich würde mir nie anmaßen Therapeut spielen zu wollen was da rum kreucht wissen Sie ich kenne ja diese sogenannten Hamer Therapeuten die waren ja alle bei meinen Seminaren ich mache das seit 20 Jahren und ich kenne es persönlich aber was die sich da anmaßen also ich schäme mich weil sie sich auf mich auch berufen und ich bilde keine Therapeuten aus ich erzähle an jedem dasselbe wo sind wir beim Massdarm also je weiter es Richtung Rektum geht umso hinterhältiger niederträchtiger wird der ganze Scheiß trägt was beschissenes und auch hier blumenkohl artig und Achtung da gibt es relativ rasch Darmverschluss Flachwachsend gibt es auch in der Heilung wieder Tuberkulös Abbau jetzt haben wir ja schon den Dreh raus jetzt wissen wir ja schon wie es sein muss in der Krise sind wir wieder geheult und am Ende der Heilung ist das Ganze vernarrt das sind auch diese Polypen ein Polyp ist nichts anderes als Darmkrebs man sagt ja auch der könnte bösartig werden und wenn ich den Konflikt nicht löse wird der Polyp natürlich größer 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 und dann habe ich Darmkrebs und dort wo der saß wenn das Tuberkulös abgebaut wird habe ich dann den Divertikel und das ist quasi der Restzustand kann sein dass sich das auch wieder gibt dass diese Divertikel auch verschwinden wenn es definitiv gelöst bleibt jetzt gibt es so Kopfmenschen die versuchen die Germanische nicht irgendwie sich in den Menschen so rein zu versetzen nach zu empfinden was ihm da durch den Kopf ging bei seinem Konflikt also empathisch sondern so mechanistisch das ist so und dann so und mechanisch und baff und so ist aber die Biologie nicht und sie war so ein Kopfmensch und sie kam regelmäßig wenn ich bei ihr in der Gegend war auf die Vorträge ich kannte sie fünf Jahre und dann ruft sie mich an sie hat seit einem halben Jahr entzündete Divertikel und ob der Fasten helfe und ich glaube mir ist gleich der Kragen geplatzt ich sagte zu ihr du kannst dich zu Tode fasten solange du das Problem nicht löst wird sich an den entzündeten Divertikeln nichts ändern sagt sie ja ich weiß ja meinen Konflikt nicht das kann so viel sein ich schaffe es zum Beispiel nie mein Büro zusammen zu räumen sage ich drauf das mit dem Büro zusammen räumen das erzählst du mir seit fünf Jahren wo hat dich da irgendwas am falschen Fuß erwischt das ist ein psychologisches Problem aber kein biologischer Konflikt du musst dort suchen wo die Symptome begonnen diesen hässlichen Scheiß Konflikt erlitten sagt sie ja da gibt es schon was und zwar hat ihr Sohn seinen Vater also ihren Ehemann mit der Schwägerin mit der Tante in der stockfinsteren Garage schmusend erwischt sagt sie ich weiß eh dass die Schwägerin einen Stand auf meinem Mann hat aber dass die so weit geht das ist der scheißegal und oft muss man dem Patient nur zuhören welche Worte verwendet er und mit seinen Worten gehen sie in die Diagnosetabelle sage ich zu ihr du hast gerade deinen Konflikt ausformuliert das ist der Konflikt das scheißegal und das musst du in Griff bekommen sagt sie ja ich hab schon überlegt ob ich meinem Mann nicht heimzahle sage Achtung das kann ein Schuss in den Ofen geben ich würde den Ball abspielen ich würde den Schwager informieren er soll ein bisschen besser auf seine Ehefrau aufpassen was glauben sie was gemacht hat der hat gefastet der hat sich wirklich zu Tode gefastet die starb an Auszehrung wegen entzündeten die Artikel die war fünf Jahre mit Hammer auf die Vorträge und sie hat es nicht verstanden ich habe dann noch kein Schema entdeckt es gibt Menschen die kapieren es gleich es gibt Menschen die kapieren es nie und das kann der einfachste Mensch sein und der hochintelligente Professor war der eine kapiert der andere kapiert ich habe es nicht kapiert das hat ihr als Leben gekostet so und das was der Schulmediziner als Hämorrhide operiert ist das gelbe da unter der Rektum Schleimhaut übrigens die Schulmedizin teilt ja alles ein ins Spezialistentum also sie trennt einmal den Menschen in Psyche und in Organebene der Organmediziner interessiert sich nicht für die Psyche und der Psychiater hat keine Ahnung von den Organen Teile und Herrscher das alte Prinzip und dann versteigt er sich und unterteilt alles in Spezialistentum Dermatologen Urologen Neurologen Nephrologen Spezialist fürs linke Nasenloch und fürs rechte Nasenloch Kennen Sie den Proktologen das ist der Spezialist für Arschlöcher ein Traumberuf und also dieses gelbe unter der roten Plattenepidelschleimhaut also wenn man da schaut ich zeige Ihnen das da am Wurm dieses Plattenepidel sagt Hammer ist aus den Nebenhöhlen ausgesprossen ist einerseits halt da runter über den Schlund die kleine Kurvatur bis zum Zwölffingerdarm da haben wir Zwölffingerdarm geschwür ist aber auch also hoch gewandert das Rektum so 12 cm und das gelbe da drunter das ist jetzt hier und in der aktiven Phase macht es Zellplus das kann man nicht sehen eben nur tasten aber da muss man halt Proktologe sein also naja also fühlbar aber nicht sichtbar und das ist wieder der Sinn besser abbauen oder aufnehmen und in der Heilung wird das Tuberkulös abgebaut und das tut weh und das ist in der Schulmedizin Grund zur Hämorrhoiden Operation während die Hämorrhoiden im Volksmund das was so traubenförmig aus dem After hängt das ist die rote Gruppe die sieht man aber die gelbe Gruppe sieht man nicht und es ist im Prinzip ein supermukköses Abszess also unter der Schleimhaut liegendes Abszess und die Krise ist wieder kalt und am Ende der Heilung ist das Ganze gut der Siegfried Mohr der hat sein Steckenpferd ist ja Rudolf Steiner Forschung der Begründer der Anthroposophie Steiner Schulen und Demeter und Waldorf Schulen ja der Steiner wurde ja dutzende Male an den Hämorrhoiden operiert gelbe Gruppe und der Mohr der hat versucht anhand Steiners Korrespondenz mit seiner Frau mit den Ärzten die Ursache für seine Hämorrhoiden zu rekonstruieren und der ist ja glaube ich 1925 gestorben der Steiner und er ist draufgekommen dass Siegfried sein hässlicher Scheiß Konflikt war als ein Mitarbeiter ihm das Götteanum abfackelte bei Basel in Dornach und das war ursprünglich ein Holzbau und da hat der Steiner persönlich Modell gebaut und persönlich mit Hand angelegt und der Mitarbeiter hat ihm das abgefackelt und das war sein Scheiß Konflikt also da in dem dünnen Büchlein lernt man ganz gut über den Darm das kostet 10 Euro ich habe das noch im Vertrieb ich weiß nicht wie lange es das noch gibt das Büchlein und dann Rektum Muskulatur da habe ich auch einen schönen Fall das ist jetzt die Inkontinenz das ist so ähnlich wie das Revier nicht markieren können also wie die Blase oder der Hahnweg in der aktiven Phase öffnet das Finkter im Stress hinter mir der Löwe ich bin auf der Flucht ich gebe Fersengeld und ich scheiße mir an vor Angst und es geht in die Hose und in der Heilung schließt das Finkter in der Vagotonie schließt er und sonst ging es ja regelmäßig des Nachts in die Hose und in der Krise der Epileptiker der näscht ein und der öffnet sich der Sphinkter und die sind ja verkehrt innerviert Rektum Blase Gebärmutter Hals Sphinkter die sind verkehrt innerviert öffnen im Stress und schließen in der Vagotonie und natürlich die Krise ist ja auch Sympathikoton öffnen da code ich dann ein da kann ich den Code nicht halten und am Ende der Heilung ist gut der Fall ist ziemlich klar diese Frau schreibt ich litt ständig unter Rektum Spasmen im Januar 2014 machte meine jüngste Schwester einen Cut mit der Familie mir fiel kurze Zeit später auf dass meine Rektum Spasmen nicht mehr auftraten da war eine Lösung im August 2014 wollte ich mit meinem Cousin in eine Eisdiele da an diesem Tag aber ein Fußballspiel stattfand und man dort keine dann keine Parkplätze erhält habe ich ihm eine andere Eisdiele vorgeschlagen wo wir uns dann trafen ich war vor ihm da und musste daran denken dass ich oft mit meiner jüngsten Schwester und Familie dort war jedes mal wenn Besucher auf die Terrasse der Eisdiele kamen dachte ich sie wird doch wohl nicht kommen mein Cousin traf ein und wir genossen die vorzüglichen Eisbecher ich fuhr nach Hause und als ich meine Wohnung betrat bekam ich ein Rektum Spasmus da ich die germanische Heilkunde kenne sagte ich mir alles ist gut legte mich hin und die Schmerzen gingen vorüber es ist zwar schade aber diese Eisdiele werde ich nicht mehr aufsuchen damit ich nicht auf die Schiene komme also die hat einen Reviermarkierung Konflikt mit der Schwester gehabt und als die Schwester einen Cut machte mit der Familie und auszog waren die Spasm weg und als sie dann in der Eisdiele war hat sie sich erinnert da war ich immer mit der Schwester und das war und zu Hause kam sie in die Heilung mit Spasmus aber dann wusste sie alles gut alles klar das heute aus sehen sie das ist das beste Schmerzmittel und sie hat klug gesagt die Eisdiele meide ich um es mir zu sparen und das ist das was wir zuvor besprochen haben was mache ich jetzt mit dem Patienten mit Rektum Spasmen soll ich ihm jetzt ein Schmerzmittel geben oder nicht sag ich besser ist rausfinden was ist der Konflikt die Schwester und die Schiene die Eisdiele und das meiden und sie braucht keine Mittelchen und das macht mich frei die germanisch ist die Medizin der Freiheit ich weiß Hammer eckt ja nicht nur bei den Schulmedizinern an Hammer eckt ja auch bei den Alternaiv Medizinern an aber was kümmert mich das als potenzieller Patient als Normalbürger und sagen wir und selbst jetzt dem Therapeuten ein bisschen ins Gewissen gesprochen wenn ich die germanische beherrsche das ist sowas von befriedigend erfüllend als Therapeut das ist ja was heiliges und also wissen sie kennen ja eigentlich nur die germanische ich meine ich weiß ein bisschen wie die Homöopathie funktionieren soll und und was so verschiedenes aber im vergleich zu Hammer also wenn ich den Mercedes fahren kann werde ich nicht den Trabi nehmen so circa wie gesagt ich bin Techniker das Zwölffingerdarm Geschwür da sind wir im Revierbereich ähm und das ist ein bisschen komplexer ja wir sind auch jetzt nicht mehr in der gelben sondern in der roten Gruppe Plattenepidel das Plattenepidel was das Schlund Schleimhaut Schema ist das schmerzt in der aktiven Phase und in der Krise und schmerzt nicht in der Heilung während das sogenannte äußere Hautschema das ist in der aktiven Phase taub in der Heilung schmerzt es die Hämorriden schmerzen in der Heilung das Eczem schmerzen in der Heilung während das Zwölffingerdarm Geschwür das Magengeschwür die schmerzen in der aktiven Phase und da sind wir im Revierbereich und wir haben rechts den männlichen und links den weiblichen und da spielt die Hormonlage eine Riesenrolle es gibt männliche Frauen es gibt weibliche Männer und das ist nichts Fixes Hormonlage kann sich ändern durch die Pille durch die Schwangerschaft durch den Wechsel und wir haben da zwei Möglichkeiten für also hier haben wir das Hirnrelais für Zwölffingerdarm und da haben wir die Möglichkeit entweder männlicher Revierärger oder der weibliche Identitätskonflikt mehr Möglichkeiten gibt es nicht und Revierärger heißt der Rivale ist in mein Revier eingedrungen oder der Inhalt geht fremd wenn die Frau fremd geht und Identität heißt wenn ich zur Frau sage du weißt du nicht einmal wer dein Vater ist wer bin ich aber auch Entscheidungskonflikt was mache ich bloß heirate ich diesen Mann oder jenen mache ich dieses Studium oder jenes ich kann mich nicht entscheiden kaufe ich mir das grüne kleid oder das blaue das sind Probleme die kann der Mann nur schwer nachvollziehen und also die zwei Möglichkeiten gibt es Identität oder Revierärger und in der aktiven Phase macht das ganze Zell Minus wir sind im Großhirn Ulkus und das tut weh der Sinn ist immer bei diesen Hohlorganen die ulcerative Erweiterung damit das besser durchgeht und in der Heilung wird es unter Schwellung repariert und die Schmerzen sind weg und in der Krise blutet es gern und dann ist der Stuhl pechschwarz verdautes Blut und mit Syndrom wenn ich dann auch Wasser einlagere zu dieser Heilungsphase dann wird die Heilungsphase heftig und Syndrom ist ein eigenes Thema in der Germanischen ein ganz wichtiges Thema weil die Wassereinlagerung jede Heilungsphase verschlimmert und in der Krise habe ich die Absence wie bei allen Plattenepidilprogrammen egal Bronchien äußere Haut Herzinfarkt habe ich immer die Absence absent abwesend der Patient in der Krise reagiert nicht in der Absence und Schmerzen wenn die aktive Phase schmerzt schmerzt auch die Krise und es gibt da quergestreifte muskuläre Anteile und die krampfen in der Krise und das ist dann die Kolik das nennt man auch Kolik ist aber die Krise und da bricht es dann gern auf und blutet ich kann auch verbluten und dann brauche ich auch in der germanischen Heilkunde die Notfallsmedizin dann sprechen wir wirklich vor Hammer praktizieren sonst nicht im Moment sind ja die armen Patienten völlig auf sich alleine gestellt die müssen in den Untergrund die müssen sich verstecken und germanische praktizieren heißt auch eine Klinik wo Notfall praktiziert wird wird dass der nicht verblutet und mehr nicht der braucht keine operation weil dem gesunden keine bestrahlung einfach nur blutkonserven punkt erledigt und ruhe dass man nicht in panik versetzt wenn du das nicht magst bist in drei Monaten tot und das haben wir nicht und wenn sie es haben wollen müssen sie helfen dass legal wird das ist die einzige Möglichkeit Ein schöner Schienenfall Ich gebe offline oft so sechs Tages Seminar am Stück Samstag Sonntag bis Donnerstag und da war 49 50 jährige die realisierte am ersten Seminartag am Samstag ihre Brot und Milch Unverträglichkeit was sie hat seit dem 20. Lebensjahr mit Magengeschwür und Zwölffingerdarm Geschwür und das tut weh in der aktiven Phase wenn die ein Brot Produkt oder Milch Produkt zu sich nimmt hat die Schmerzen das Zwölffingerdarm Geschwür und das Magengeschwür das wird ja alles von hier aus gesteuert und da haben eben Revierärger und weibliche Identität die Möglichkeiten gibt es und den Konflikt muss sie erlitten haben mit 20 und da hat sich bei ihr Schiene und Brot Brot und Milch als Schiene einprogrammiert und immer wenn sie Brot und Milch zu sich nahm hatte sie ein Rezidiv was verdaut kam es in die Heilung aber die Schiene zeigt hin zum Konflikt mit 20 und sie entdeckte ihren Konflikt am ersten Seminartag am Samstag und zwar mit 20 stand sie in der Küche bereitet es sich ein Brot und ein Glas Milch zu und war etwas käss gekleidet Stöckelschuh Strümpf kurzer Mini kommt der Vater in die Küche sieht seine Tochter angezogen wie eine Nutter und prügelt sie mit Nasenbeinbruch nieder und das war der Konflikt hoch akut isolativ am falschen Fuß und weil sie gerade am Brot essen und Milch trinken war hat sich ihr Hirn das abgespeichert so und am Samstag realisiert sie ihren Konflikt und realisiert ihr Vater ist heute 80 wohnt 100 Kilometer weiter weg der 80 jährige wird sie nicht mehr niederprügeln also das was da damals passiert ist das kann doch heute nicht passieren und probiert das eine Brot Produkt und das nächste Milch Produkt und am Mittwoch hat sie vor Publikum ihr Geschichte erzählt hat sie sich gestern Dienstag so eine Eisschüssel reingezogen weil sie schon seit Jahren so ein Gustav Eis hatte und es nie essen hat können die war von jetzt auf dann gesund weil es nicht mehr passieren kann also in dem Fall hing die Schiene in der Luft ich muss noch einmal hinfinden zum Konflikt ich komme damals ich komme heute dadurch erkenne den Unterschied das was damals passiert es kann heute nicht mehr passieren und die Schienen löst das Frühwadensystem löst ja auf weil es nicht mehr notwendig ist und das ist doch befreiend kostet nichts hat keine Nebenwirkungen und ich meine das kann ja der Therapeut auch das kann ja auch mit dem Patient rausfinden und das ist sowas von befriedigend ich bin ja kein Therapeut aber wenn der neben mir gesund wird nur weil ihm die Schuppen von den Augen fallen also da lerne ich auch dazu und ich bin sowas von begeistert ich bin vom ersten Tag an begeistert bis heute ich denke sie merken das so und das was wir umgangssprachlich als Hämorrhoide bezeichnen das ist die rote Gruppe und da sind wir auch wieder im Revier Bereich da haben auch wieder die zwei Möglichkeiten entweder weiblich die Identität oder männlich Revier ärgert da spielt auch die Handicider Rolle bin ich rechts oder bin ich linkshänder ist ein bisschen komplex ich verweise auf den Studienkreis konsecutio Kapitel psychosen ja da erkläre ich das genauer und die zwei Möglichkeiten haben wir und in der aktiven Phase ulceriert dieses Plattenepithel und ist taub tut nicht weh und der Sinn ist immer die ulcerative Erweiterung damit es besser durch geht so und jetzt wird es ein bisschen biologisch und zwar dieser Konflikt der Identitätskonflikt kann auch passieren wenn ich umgetopft werde und ich finde mich irgendwie nicht zurecht wo gehöre ich eigentlich hin das ist auch dieser Identitätskonflikt und jetzt ulceriert das Rektum und dort wo ich saß stinkt es dann nach mir und irgendwann saß ich einmal in der Ecke und in der Ecke und in der Ecke und in der Ecke und wenn ich dann da reinkomme da stinkt es nach mir da stinkt es nach mir dann weiß ich wo ich hingehöre überall stinkt es nach mir also kann ich dadurch den Konflikt lösen also so erklärt es Hammer ist schon ein bisschen sehr biologisch und in der Heilung wird das Ganze unter Schwellung repariert und das tut weh äußere Hautschema die aktive Phase ist taub die Heilung tut weh und ich kann natürlich auch einen hässlichen Scheiß Konflikt mit einem Revier Jäger erleiden also ich kann die gelbe und die rote Gruppe am Rektum gleichzeitig am Laufen haben und und wenn ich löse dann wird das gelbe tuberkulös abgebaut und das rote unter Schwellung quasi wieder aufgefüllt und dann hat man so einen tuberkulösen Munch in dieser Schwellung und der Schulmediziner meint das seien Krampfadern und das ist ein Unsinn Krampfadern ist Glotz am Bein und das ist die glatte Muskulatur der Gefäße der Venen das ist Glotz am Bein und Glotz am Arsch gibt es nicht das ist Unsinn die Schulmedizin mit Syndrom mit Wassereinlagerung können die Hämorrhoiden echt heftig werden also die Wassereinlagerung verschlimmert jede Heilung in der Krise wieder meine Absence und Taubheit äußere Hautschema wenn die aktive Phase taub ist ist die Krise taub die Heilung tut weh ja so wie die Neurodermitis und am Ende passiert es einmal verschwindet die Schwellung komme in eine hängende Heilung bleiben die Hämorrhoiden dieses Prinzip hat man auch öfters Hämorrhoiden ist ein ziemlich klarer Fall auch für so Hämorrhoiden eine 50 jährige schreibt ich arbeitete zehn Jahre in einer Firma im Verkauf sechs Jahre davon als Regionalmanager für ein Bundesland mit Leitung eines 26 köpfigen Teams Im Jänner dieses Jahres ergab es sich dass seitens der Geschäftsleitung Entscheidungen getroffen wurden die ich nicht mehr akzeptieren konnte meine Konsequenz dazu war die Kündigung mit der Zusage diese Verkaufssaison bis Ende Juni noch zu beenden aber keine neuen Kundenanbahnungen zu erwirken in diesem Zeitraum von Februar bis Juni entstand dann viel Aufregung Zum Einen wurde mir erst zu diesem Zeitpunkt bewusst wie wichtig ich für meine Mitarbeiter war und zum Anderen erkannte auch die Verkaufsleitung welche engagierten Mitarbeiter sie mit mir verlor Es gab viele Gespräche und natürlich Gerüchte unter anderem dass mich die Firma halten wollte und mir eventuell einen anderen Posten anbieten wollte In dieser Zeit war ich sehr hin und her gerissen Einerseits hatte ich gekündigt andererseits war ich noch für die Firma tätig Meine Mitarbeiter wollten mich zurückgewinnen und ein angebliches Angebot war noch ausständig Hinzu kam dass dass ich dass ich nach zehn Arbeitsjahren natürlich schon sehr identifiziert hatte mit der Firma und dem angebotenen Produkt Ich zermartete mir das Hirn ob die Entscheidung richtig war und ob ich ein Folgeangebot annehmen sollte sollte mir dieses gemacht werden Zum Saisonende im Juni wurde ich dann als Abschiedsgeschenk auf die Abschlussreise der Firma eingeladen Auf dieser entwickelte sich eine äußerst schmerzhafte oberflächliche Hämorrhoide Da ich von den Seminaren der germanischen Heilkunde wusste dass dies eine Heilungsphase ist war ich nicht weiter beunruhigt was nicht heißt dass die Schmerzen nicht höllisch waren Auf der Heimreise hatte ich dann auch erhöhte Temperatur Halsschmerzen Husten Erst nachdem ich mich auskuriert hatte und auch die Hämorrhoide zurückgegangen war las ich danach welcher Konflikt hier in Heilung ging mit oberflächlichen Hämorrhoiden und es passte genau zu meiner Geschichte Konflikt Identitätskonflikt nicht wissen wo man hingehört nicht wissen welche Entscheidung man treffen soll und was war da die Lösung für sie als sie als zum Abschiedsgeschenk mitgenommen wurde auf diese Firmenreise da war klar sicher nicht ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende so löst man auch Konflikte also bis daher und nicht weiter und dann war die Sache klar und das war dann die Lösung und dann ist drüben weg gekommen und hat auf der Reise noch die Hämorrhoiden bekommen und auch wieder es hat geschmerzt aber sie wusste es ist eine Heilungsphase und allein das ist schon ein kompletter anderer psychischer Moment dass dass dieser Heilungsphasen Symptom ist das muss man mir erst einmal sagen da kriegst ja die Panik es wird ja mit der Konfliktlösung kommt man tiefer tiefer in die Vagotonie wird schlimmer 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 da kriegt man ja die Panik aber wenn ich weiß das ist die Heilung aha und wenn ich dann weiß wie lange ich in der Heilung sein werde das ist das das aller beste Schmerzmittel so meine Damen und Herren die Zeit ist rum ich bin mit dem Stoff ziemlich durch ich hoffe es war für sie interessant sie können auch was mitnehmen sagen mal für die die das erste Mal dabei sind glauben sie mir das wenn sie das gleich kapieren beim ersten Mal dann wechsle ich den Job dann wechsle ich den Beruf also ich habe Jahre gebraucht und wieso soll es ihnen da anders gehen aber sagen mal wenn es mal allein gelungen ist sie ihr Interesse zu wecken dass sie dran bleiben ich kann ihnen ein Studium nicht abnehmen ja dann habe ich eigentlich eh schon viel erreicht möchte mich bei ihnen bedanken für ihr Interesse für ihre Teilnahme würde mich freuen sie wieder mal begrüßen zu dürfen auf dem Studienkreis und bis dahin wünsche ich ihnen eine angenehme konfliktfreie Zeit Tschüss